Ich habe ja Gott sei Dank noch eine Stimme. Sagst du, wann ich losgehe? Und Action. Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem ganz besonderen Ereignis an der Hochschule für Musik Nürnberg, zum Meisterkurs in Gesang mit Frau Kammersängerin Professor Brigitte Fassbender. Frau Fassbender, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie da sind. Ich danke Ihnen, dass Sie bei dieser sehr veränderten Situation dennoch zu uns kommen. Wir werden das auch gut meistern gemeinsam. Ich begrüße vor allem auch die Studierenden, die Damen und Herren, die an dem Kurs aktiv teilnehmen. Ich wünsche Ihnen viel Freude und natürlich einen großen Unterschied von jetzt zu morgen Abend. Wir werden zwei Tage zusammen sein. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich freue mich sehr für die ganze Hochschule, dass wir das hier erleben. Ganz, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sehr geehrte Frau Professor Fassbender, liebes Publikum, schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns sehr auf die nächsten zwei Tage, haben den Tag lang entgegengefiebert. Wir, das Kollegium des Studienbereichs Gesang, haben für Sie durch ein Video-Auswahlverfahren acht Studierende ausgesucht, die wirklich aus allen Studienstationen kommen. Das heißt, Sie werden sowohl Bachelor-Studierende, die noch vielleicht in manchen technischen Dingen am Anfang sind, unterrichten, als aber auch schon sehr weit fortgeschrittene Studierende aus dem internationalen Opernstudio. Und wir freuen uns sehr darauf und sind schon sehr, sehr gespannt. Dankeschön. Danke Ihnen für die Einladung und ich freue mich auch. Und dann fangen wir an. Danke. Ganz herzlich danken möchte ich noch Herrn Jan-Roller-Voldhuis, der den Kurs für uns spielen wird am Klavier. Vielen herzlichen Dank. So, dann fangen wir an. Das Publikum hält sich in Grenzen. Sie sind Laura. Genau, mein Name ist Laura. Und darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich bin 25 Jahre alt. 25. Und wie lange studieren Sie schon? Ich bin jetzt im ersten Master-Semester. Also das heißt im Ganzen? Das ist jetzt mein fünftes Jahr im Gesangstudium. Genau. Und ich brauche Noten. Genau. Ach, die habe ich. Wunderbar. Ich danke Ihnen. Ja, sehr schön. Also was, das ist. Und Sie fangen an mit Schubert? Ich würde ganz gerne mit der Konstante Arie anfangen. Ah, ja. Genau. Dann tun wir das. Die ist ja lang genug. Ja. Ja. Okay. Okay. Ach, ich liebte, war so glücklich, kannte nicht, kannte nicht, der Liebe schmerz. War so glücklich, kannte nicht, der Liebe schmerz. Ja. Ich bin jetzt auf der Erde, die sind. Ich bin jetzt auf der Erde, die sind ein Schmerz. Ich bin jetzt auf der Erde, in der Erde, die sind sie nearen. Also in der Erde, die sind sie mit der Erde, die bin ich bleibt. Und da, wenn ich Sie gleich habe, mein ganzes Herz, kommt da hin. Und wie schlägt mein Freude, und wie schlägt mein Freude. Und wie schlägt mein Freude, und wie schlägt mein Auge in Tränen, und wie schlägt mein Auge in Tränen, und wie schlägt mein Tränen. Und wie schlägt mein Auge in Tränen, und wie schlägt mein Auge in Tränen. Und wie schlägt mein Auge in Tränen, und wie schlägt mein Auge in Tränen. Und wie schlägt mein Auge in Tränen. Und wie schlägt mein Auge in Tränen, und wie schlägt mein Auge in Tränen. Und wie schlägt mein Auge in Tränen, und wie schlägt mein Auge in Tränen. Und wie schlägt mein Auge in Tränen. Und wie schlägt mein Auge in Tränen, und wie schlägt mein Auge in Tränen. Und wie schlägt mein Auge in Tränen, und wie schlägt mein Auge in Tränen. Und wie schlägt mein Auge in Tränen. Und wie schlägt mein Auge in Tränen. Was wollen Sie denn aussagen? Was sagen Sie mir, oder dem Bassaselim, was sagen Sie ihm so dringlich, dass es ständig wiederholt wird? Also das Erste ist, ach ich liebte. Und dann kommt der Schmerz. Und der ist schon mal eine Viertelnote, und das ist das Hauptwort eigentlich. Der Schmerz, sie kannte den Schmerz der Liebe nicht. Jetzt hat sie ihn kennengelernt. Das wiederholt sie sofort. Kannte nicht der Liebe Schmerz. Das ist schon mal das Erste, dass wir uns da wirklich klar machen, was wir aussagen. Es geht hier nicht um die Brillanz der Töne oder des Absingens der Koloraturen, sondern es geht um einen Inhalt. Und das ist mir das Allerwichtigste. So, jetzt versuchen wir gleich den Anfang nochmal mit dem nötigen Nachdruck der Emotionen. Die Technik. Ach, ich liebte. Ja, dieses Ach, ich denke immer, Ach ist im Grunde kein Wort, das ist ein Seufzer, meistens ein Seufzer. Ach, ach, mobilisieren Sie gleich Ihren Atem damit. Ach, ich liebte, liebte, liebte. Dieses, gleich den Nachdruck auf diesem Wort, was unendliche Male erscheint. Ach, ich, ach, 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 ach. Gleich nochmal, gleich den Atem mitnehmen, den emotionalen Atem. Ach. Ach, ich liebte. Ach, da kommt so ein Zischlaut. Ach, 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 da ist schon wieder weg, das Kabel. Brauchen Sie denn, ja, Sie müssen eins, stecken Sie es. Klebt es doch fest. Habt der Klebeband. Jetzt ist es. Ach, ich, ach, ach, ich liebte, ach, ach. So, jetzt haben wir, das ist gut. Ach, ich liebte, ach, 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 sagen Sie mal, ach, 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 ja, ach, 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 ich liebte, ach, ach. Ach, ich liebte, war so glücklich, kannte nicht der liebe Schmerz. Ja, Schmerz, gut, halten Sie die Viertel und die ist das Hauptwort. Der letzte Ton dieser Schmerz, bis Sie in den Schmerz hineinfinden, zwischen Liebe und Schmerz passiert was. Der liebe Schmerz, bis Sie das SCH formen. Ach, ich liebte, ach, 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 ach. Ach, 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 ich liebte, war so glücklich, kannte nicht der liebe Schmerz. War so glücklich, kannte nicht der liebe Schmerz. Ja, auch wichtig, auch der Geliebte, schwor ihm treue, dem Geliebten, dem Geliebten. Ja, die 32. hat einen Sinn, dass der Geliebte noch ganz besonders herausgearbeitet wird. Und es hört der Bassaseel ihm nicht gerne, dass da ein Geliebter ist. Aber hier nimmt sie in dieser Arie, wirklich nimmt sie keine Rücksicht, sondern kotzt ihren ganzen großen Jammer aus. Ja, es geht bis zu ihrem Schoß, wo ist ihr Schoß? Auch da sind Schmerzen der Entbehrung vom Geliebten. Ja, ist auch so wichtig, da kommen wir noch hin. Also, schwor ihm treue, dem Geliebten. Überlegen Sie sich diese Phrase, warum die so komponiert ist. Schwor ihm treue. Schwor ihm treue, dem Geliebten. Schwor ihm treue, dem Geliebten. Gab da hin, mein ganzes Herz. Mein ganzes, nicht nur mein halbes, mein ganzes Herz gab ich. Ja, das ist auch wichtig, wichtiges Wort. Gab da hin, mein ganzes Herz. Also, darf ich mal in Ihre jungfräulichen Noten was einschreiben? Ja, klar. Gut. Also, das ist wichtig, das ganze Herz. Und der Schmerz, dass der schön lang ist. Jetzt machen wir aber hier. Schwor ihm treue, dem Geliebten. Schwor ihm treue, dem Geliebten. Schwor ihm treue, dem Geliebten. Gab da hin, mein ganzes Herz. Gab da hin, mein ganzes Herz. Kommen Sie nicht mit dem ganz von unten, sondern auf der Linie bleiben und richtig schön das ganz betonen. Hier macht er es mit einer Fermate. Hier hat er die Betonung wirklich mitkomponiert. Gab da hin. Gab da hin, mein ganzes Herz. Und können Sie, ja, sehr schön. Und können Sie das Zess, können Sie das genau in dem Raum lassen von mein ganzes Herz. Dass Sie nicht ganzes, sondern benutzen Sie den Raum, den Sie sich mit dem A von ganz erarbeitet haben und lassen Sie das Zess da hindurch schwingen. Wir brauchen gar nicht woanders hinzudenken. Das war jetzt schön. Nochmal so. Und Zess. Ganzes Herz. Ganzes Herz. Da haben Sie schon gleich wieder einen einzigen Raum für drei Worte, für drei Vokale. Also, gab da hin. Gab da hin, mein ganzes Herz. Bravo, bravo. Und jetzt machen Sie es nochmal. Und jetzt teilen Sie es, versuchen Sie mal, ob Sie es in einem Atem schaffen. Und nicht vor dem Gab da hin, mein, sondern gab da hin, mein ganzes Herz. Muss ja nicht so endlos sein, die Corona. Versuch mal. Das war jetzt sehr schön, hast du gemerkt? Ganzes Herz. Sehr schön. So offen lassen. Und nochmal versuchen ohne Atem. Glaub da hin, mein ganzes Herz. Bravo. Und weiter. Doch die Schelle schmacht meine Freude. Ja, auch, 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 Wissen. Freude, die Freude schwand. Was schwand? Die Freude. Freude. Doch da, auch, wie schnell schmacht meine Freude. Immer ein bisschen Zeit nehmen für die Aussprache dieses wichtigen Wortes. F. R. Freude. Lass es klingen. Und nochmal Allegro. Doch wie schnell schmacht meine Freude. Und das D. Genau so lang wie Freude. Das ist nicht Freude, Freude. Da, guck, zwei Viertel. Ja. Ja. Doch wie schnell schmacht meine Freude. Doch wie schnell schmacht meine Freude. Trennung. Trennung. Trennung war Trennung. Während du das Wort Trennung singst, musst du dir vorstellen, was diese Trennung in dir auslöst. Und ausgelöst hat. Und ausgelöst hat, wie weh das tut. Trennung. Trennung. Hastig abfrasieren. Hastig abfrasieren. Doch wie schnell schmacht meine Freude. Trennung. 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 Äh. Äh. Takt voraus. Freude. Trennung. 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 So groß und offen. Und auch die Tränen. Und nochmal. Freude. Tränung. Tränung, mein Gott, ist los. Und nun schwingt mein Auge in Tränen. Mein Auge schwingt in Tränen. Es schwingt in Tränen. In Tränen, Tränen. Und auch die ersten Tränen sind wieder zwei Viertel. Und muss richtig abfrasiert werden. Nicht Tränen. Tränen, Tränen. Sehr schön aber war die Öffnung. Und das letzte Auge. Mein Auge schwingt in Tränen. Also das vorletzte Auge. Die vorletzten Tränen. Ja. Ja. Genau. Ja. 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 Das ist, finde ich, immer so wichtig, dass sie das eingesteht, die Konstanze. Dass der Kummer ihren ganzen Körper ergreift. Auch den Schoß. Auch die Sehnsucht nach dem Geliebten. Mit dem Schoß, der auch so die Nähe dieser großen Liebe zeigt. Dass sie davon spricht. Dass sie das offenbart. Wir müssen das ja ganz modern denken. Wir können ja nicht denken, das ist nun bloß das 18. Jahrhundert oder so. Und dass du das erste Mal, Kummerut in meinem Schoß. Dass sich das Überwindung kostet eigentlich, das zu sagen. Und dann wird es immer sicherer. Und dann wird es so sicher, dass es sogar in eine große Wiederholung, in eine bedeutende, den körperlichen Schmerz aufzeigende Koloratur übergeht. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Ja. Da machen wir nochmal die zwei Takte vor dem Kummer. Mach gleich den Mund auf von Anfang an. Und so bleibt es. Nirgendwo wird der Mund mehr verändert. Das machen Sie auch nicht, Gott sei Dank. Aber gleich von Anfang an die Öffnung suchen. Den großen Raum. Kommt nur von hier. Grabes raus. So, danke, 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 danke. Noch mehr. Und zeigen Sie mir mal nicht Ihre Zähne da oben. Was Sie da fühlen, das spüren Sie mal nur innerlich. Dehnen Sie den Nasen-Rachen-Raum. Der Schnorchelpunkt. Okay. Das alles aufdehnen, aber nicht die Zähne zeigen. Okay. Und noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr Atem. Noch mehr Einsatz. Noch mehr Körpereinsatz. Nicht... Nehmen Sie das mal ganz bewusst mit, die Zwerchfellarbeit. Schälen Sie, graben Sie es heraus. Schälen Sie es heraus. Das ist ja, das ist, das sagt ja was. Das ist Ihre größte Bewegung. Nicht nur musikalisch, sondern auch innere Bewegung. In meinem Schuss, Kummerrut in meinem Schuss. Ja, 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 ja. Kummerrut in meinem Schuss. Ne halbe. So, pass auf. Und immer. Denken Sie mal an klares A. Holen Sie das A ein ganz klein bisschen weiter nach vorne. Das ist ein immer. Immer. Weiterkommen. Kommen Sie vor auf dem harten Gaumen. In meinem Schuss. War viel schöner vorher. Ohne Atem. Und wenn der, lassen Sie das, Sie haben das A am Schluss wieder zurückgezogen. Achten Sie darauf, dass es ganz vorne bleibt. Immer. Nicht mal. In meinem Schuss. Das sitzt eigentlich alles an derselben Stelle. Spüren Sie Ihren harten Gaumen. Spüren Sie die Naht vom harten zum weichen Gaumen. Und kurz vor dem Übergang sitzt das. In meinem Schuss. In meinem Schuss. Ja. Gemerkt. Gemerkt. In Mai. Kommen Sie mal ganz, halten Sie mal das Mai. Kommen Sie mal zum I. Nur das In Mai. Wird Mozart vergessen. Nur denken an In Mai. In Mai. In Mai. In Mai. In meinem Schuss. In meinem Schuss. Noch eine Hilfe. Stellen Sie sich den I-Punkt von innen vor. Wenn wir das jetzt so langsam machen. Stellen Sie sich den I-Punkt vor, der auf dem kleinen lateinischen I sitzt. Und dieser I-Punkt wirkt zum A. So hoch und so hell sitzt das A. Ich bleib immer auf dem I-Punkt. Langsam und vorstellen. Komm zum I. Bravo. Und da kommt das Nem noch hin. Nochmal, sehr schön war das, sehr schön. Das I war wunderbar. Nochmal so, genau so. So, jetzt versuchen wir mal die ganze Phrase und orientieren uns nur an diesem I-Punkt. Lassen die ganze Phrase auf dem I-Punkt dahin perlen. Rein technisch gedacht. In mein Schoß. Kamerat in meinen Schoß. Kamerat in mein Schoß. In mein Schoß. A, spiele dann mit dem L. A, spiele weiter mit dem I-Punkt. Die ganze Phrase. Ja, Backenknochen mitnehmen. Backenknochen und diese Spannung. Ja, einfach nur technisch denken jetzt. Immer. Immer. Und den Mund nicht verändern. Nicht verändern und bitte nicht die Zähne zeigen. Es ist nicht nötig. Das, was an Spannungsgefühl, was Sie hier haben, das haben Sie bitte innen. Und gleich nochmal, und gleich nochmal mit Mut. Das ist klar, das dauert. Das geht nicht von einer Sekunde zur anderen. Das sind Phrasen, die man sich richtig in den Schoß singen muss. Nicht? So. Und je offener und gleichmäßiger Sie den Vokal strömen lassen und nicht unterwegs verformen. Das bleibt die ganze Zeit. Das ist ein inneres Geschehen, was von hier ausgeht. Und gleich nochmal. Und zwar fangen wir an. Kummer ruht in meinem Schoß. Kummer ruht in meinem Schoß. Da werden Sie noch mehr Atem schon vorbereiten. Kummer ruht in meinem Schoß. Gleich das Mobilisieren. Der emotionale Atem führt uns durch diese Phrasen. Kummer ruht in meinem Schoß. Kummer ruht in meinem Schoß. Kummer ruht in meinem Schoß. Wunderbarer Versuch. Großartig. Großartiger Versuch. Sehr schön. Und jetzt nochmal. Und jetzt konzentrieren Sie sich nur darauf, dass Sie Ihre Stirn nicht in Falten legen. Okay. Falten kriegt man früh genug. Ganz, ganz locker lassen hier. Können die ganze Phrase mal mit geschlossenen Augen singen. Und denken Sie eher so. Und nicht hochziehen. Okay. Nicht die ganze Zeit die Stirn hochziehen. Locker lassen. Kummer ruht. Versuch mal. Versuch mal. Es war ausgezeichnet, was Sie gemacht haben. Es ist jetzt nur ein Versuch, das mal auch ein bisschen zu entspannen. Nicht die Stirn. Schon. Immer. Immer. Nein. Stirn. Gut, 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 gut. Dran denken, mal ein bisschen dran denken. Es war sehr schön unterwegs. Sehr schöne, große, erfüllte Räume. Und ein letztes Mal fangen wir an bei Kummer Ruth, wo wir eben angefangen haben. Und ein letztes Mal fangen wir an bei Kummer Ruth, wo wir eben angefangen haben. Ich kann nichts machen. Ich liebte. Ach, ich liebte. Liebte. Ach, ich liebte. Zwei Viertel. Und das T ist genauso wichtig wie das Lieb. Ach, ich liebte. So, jetzt wollen wir mal was versuchen. Atmen Sie mal wirklich da, wo das Komma ist. Der liebe Schmerz kannte den Schmerz kannte. Er komponiert plötzlich den Schmerz. Ja. Er grägt ihn richtig aus. Dieses Intervall ganz bewusst als schmerzlichen Prozess auffassen. Kannte der Liebe. Ja, kannte nicht. Das ist schön phrasiert. Ähm, Abger. Der liebe... Okay. Fakt 58. Kunt er nicht der Liebe schmerz. Kunt er nicht der Liebe schmerz. Kunt er nicht der Liebe schmerz. Bravo! Das ist schön phrasiert. Und so lassen wir das. Und so machen wir das gleich nochmal. Das war ausgezeichnet. Dann kriegt dieses Intervall, ja, kriegt so eine große Wichtigkeit, körperliche Wichtigkeit. Das ist richtig, das müssen Sie singen. Und nochmal. Sehr schön. Konnte nicht den Liebeschmerz. Konnte nicht den Liebeschmerz. War so glücklich. Konnte nicht den Liebeschmerz. Schwur im Träume, dem Gelegten, gab dahin mein ganzes Herz. Ja, wieder das Ganze. Wunderbar. Und das ist auch so toll von Wie das, dieser Aufstieg, wie sich das potenziert innerlich. Mitsingen. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Schwur im Träume, dem Geliebten, gab dahin mein ganzes Herz. Große, die Phrase geht bis Herz. Ganz große Phrase. Trotz der Pausen. Ist das eine Einheit. Schwur im Träume, dem Geliebten, gab dahin mein ganzes Herz. Gebt doch hin, mein ganzes Herz. Wie schlecht hat meine Freude. Wie schlecht hat meine Freude. Ein einziger Raum. Was ist das Ä? Wenn ich die Pünktchen wegmache, ist es ein A. Ä? A. Der selbe Punkt, derselbe Raum. Trennung war mein ganzes Herz. Und gleich. Trennung war mein ganzes Herz. Und das schwimmt mein Arm in Tränen. Mein Arm schwimmt mit Tränen. Es schwimmt mit Tränen. Es schwimmt, es nicht ist. Es schwimmt in Tränen. Es schwimmt in Tränen. Machen Sie es bequem. Denken Sie nicht schwimmt. Es schwimmt in Tränen. Es schwimmt mit Tränen. Es schwimmt in Tränen. Sehr schön, sehr schön. Mein Auge schwimmt in Tränen. Es schwimmt in Tränen. Zusammen nehmen die beiden. Mein Auge schwimmt in Tränen. Es schwimmt in Tränen. Mein Auge schwimmt in Tränen. Da ist wieder wichtig der Schoß. Letzte Wort ist das Hauptwort. Kummer und Schoß. 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 Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich brauche mal noch einen Stuhl. Irgendeinen Stuhl von nebenan. Könnte man mal einen bringen? Einen normalen. Oder zwei. Aber wir machen das gleiche. Nehmen Sie mal ein bisschen Ihre Wirbelsäule, Ihr Becken mit, wenn Sie da oben raufkommen. Füllen Sie mal Ihr Kreuz und runden Sie Ihr Becken. Ja, das ist auch schon ganz schön. Setzen Sie sich mal hin. Setzen Sie sich mal hin. Können Sie auswendig? Ja. Warte nur auf den Stuhl, der für mich kommt, dann mache ich es Ihnen genau vor. Da stehen doch so viele. Irgendeinen davon. Hochnehmen, herbringen. Sehr schön. Boah. Ah, da ist ja noch einer, nicht aus der Kammer, so wunderbar. So, jetzt fühlen Sie mal nur Ihre Oberschenkel. Und wenn Sie jetzt die Phrase singen, diese letzte, spüren Sie nichts anderes als die Muskulatur Ihrer Oberschenkel und ein bisschen Ihre Wirbelsäule im Kreuz und Steißbein, wie Sie auf dem Rücken sitzen. Aber die Hauptarbeit ist jetzt mal in den Oberschenkeln. Wollen wir die Phrase nochmal? Ja, 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 diese große Koloratur da, wo wir eben waren. Also welche Taktzahl ist das, ich habe es jetzt nicht hier vor mir. Oder? Oder oder? Gerade. Nein. Wenn du auf dem Schuss standen, dass du dich für meine Zeit kommst, Was ist das für mein Leben? Wie ist das für mich? Nein, 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 nein. Gleich noch mal. Und wenn Sie, ja, ha, ha, bitte machen Sie jedes Mal, empfinden Sie bitte eine Reaktion Ihrer Muskeln, Ihrer Oberschenkel, als ob Sie aufstehen wollen, als ob Sie aufstehen wollen, aber Sie tun es nicht. Nur darauf konzentrieren, auf nichts anderes. Genau dieselbe Stelle. Hummerut in meinem Schuss, Hummerut in meinem Schuss, ich meine. Versuchen Sie das A, es ist nur noch ein Hauch, aber dieser Hauch genügt. Nicht verdunkeln, das A. Hummerut in meinem Schuss, Hummerut in meinem Schuss, In meinem Schuss, Hummerut in meinem Schuss, In meinem Schuss, Hummerut in meinem Schuss. Schönes legato, denk. Schönes legato, denk. Ja, da, 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 da. So, jetzt stehen Sie auf und jetzt versuchen wir diese eine Roulade nochmal. Und Sie benutzen beim, wenn Sie stehen, genau dasselbe Muskelgefühl und konzentrieren sich mal ein bisschen, ja, indem Sie da oben bei den Spitzentönen Ihr Becken ein bisschen runden und das Kreuz ein bisschen füllen. Ja? Ja. Oh man hat immer im Schuss, immer, 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 nicht immer, mai. Becken mitnehmen, Becken mitnehmen, ganz, ganz, ganz bewusst. Becken, Kreuz, Wirbelsäule spüren, nichts anderes. Ja, das gleiche. Becken. Und setzen, und setzen, und setzen. Und nochmal im Sitzen. Genau dieselbe Stelle. Jetzt nur technisch denken. Ja. Oberschenkel, Becken. Nochmal. Also die ganze Phrase, dass wir mit dem Meinen einsteigen. Oder wie es heißt. Oder wie es heißt. Meine Schuss. Jetzt bin ich schon wieder bei dem Eu geleitet. Bin schon wieder beim Eu gelandet, nicht? Aber es war ein sehr guter Versuch. Das müssen Sie nur mal kontrollieren. Meine Schuss. Meine Schuss. So, nur大家. Oh, in meinen Schuss. Und in meinen Schuss. Und in meinen Schuss. Und in meinen Schuss. Ja, ja, ich seh schon die Bindungen da über Kuma. Aber es klingt immer so, als wäre eine Pause dazwischen. Es ist aber keine. Es ist Kuma ruht in meinem Schuss. Kuma ruht in meinem Schuss. Kommt nur von hier. Noch einmal das letzte. Kuma ruht in meinem Schuss. Kuma, Kuma, Kuma. Lassen Sie es angebunden am Atem. Kuma ruht in meinem Schuss. Oh, schön. Kommt nur von in meinen Schuss. In meinen Schuss, in meinen Schuss. Bravo, danke. Dankeschön. Das schaffen wir aber nicht mehr. Dann machen wir den Schubert morgen. Ja. Das ist ja zu viel. Sehr schön. Sehr schön gearbeitet. Wunderbar. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich überziehe immer ein bisschen, das ist klar. Ich kann nicht mit der Stoppuhr arbeiten. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Es kommt ganz drauf an. So, das ist der Felix. Guten Tag, genau. Genau. Ich bin Felix. Und wie alt sind Sie? 22. Was? 22. 22. Und ich würde gerne beginnen mit meinen Seelen und meinen Wälen. Ah, toll. Schöner Kitsch, aber schön. Mein Sehnen, mein Wälen, es träumt sich zurück. Und ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Mein Wälen, es träumt sich zurück. Ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Ich würde gerne mit meinen Seelen und meinen Wälen, es träumt sich zurück. Und sich zurück, zurück, zurück. Sehr schön, prima. Sehr gut. Ja, 22. Mein Sehne. Aber nochmal, versuchen Sie als Grundeinstellung noch ein ganz kleines bisschen schlanker zu denken. Nicht an mein Sehne, mein Sehne. Ganz klein bisschen mehr die schlanke Linie bedienen. Wollen wir nochmal gucken. Ich will Ihre Jugend hören. Ich will die Unschuld der Stimme noch hören. Ich will das Wachsen hören. Das mutiert bis Ende 20, Anfang 30, nicht? Nicht gleich wie in Alter singen wollen. Mein Sehne. Sehr schön. Und jetzt noch versuchen Sie ganz bewusst dieses Mein, zu sich zu heben. Mein Sehne. Dass Sie das in sich hineinheben und nicht das Gefühl haben, Sie singen es nach außen. Mein Sehne. Mein Sehne. Nein, nicht nur nicht. Mein Sehne. Da steht Pianissimo. Ja. Mein Sehne. Atmen Sie es ein, das Sehnen. Mein Sehne. Mein Sehne. Ganz bewusst war schön, aber noch mehr. Mein, 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 und nicht gleich mein, 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 dann erst öffnen. Wenn Sie diesen Punkt da, den Sie genau anpeilen, wenn Sie den erreicht haben, dann eine kleine Öffnung. Sehne, unsere Venen, noch mal von vorne. Mein, mein Venen gleich. Mein Venen. Mein Venen, es träumt sich zurück, im Tanze gefall ich, verlor ich, verlor ich mein Glück, verlor ich. Heben Sie das, die Tiefe nach oben. Verlor ich, verlor ich mein Glück. Dass das nicht, verlor ich mein, verlor ich mein Glück. Dass das die höchste Spannung und Intensität hat. Verlor, wir denken jetzt nur technisch. Verlor ich mein Glück. Sehr gut. Beim Tanze am Rhein, beim Mondenschein. Ja, sehr schön. Noch bewusster. Beim Tanze am Rhein, das ist Tanze am Rhein. Tanze am Rhein, beim Mondenschein. Versuchen Sie auch da, Sie machen das, aber Sie sollen es sich bewusst machen. Ihre Backenknochen und diese Spannung, die Zähne, die Zähne, die Resonanzträger, die Backenzähne mitnehmen. Im Tanze am Rhein, im Tanze am Rhein, beim Mondenschein. Sehr schön. Das ist wieder schade, wenn man da atmet. Espressivo Molto. Gestand. Gestand, bis aus Blau auch kein inniger Blick. Gestand, gestand. Das A sitzt genau da, wo Sie das G ansetzen. Versuchen Sie es mal da herzuholen. Ganz genau von dem Platz abholen, das A. Und jetzt öffnen. Das war gut. Gestand. Gestand, erbittend Wort. Nicht fort, o bleib, o geh mir nicht fort. Nicht fort, nicht fort. Hier wird der I-Punkt zum O. Bei der Laura wurde er zum A, hier wird er zum O. So hoch und hell sitzt das O. Nicht fort. Dann kann ich öffnen. Ja, ja. Wo? Wo bleib? Oder nicht fort? Wo bleibe. Wo bleibe. Wo geh mir nicht fort. Wo bleibe. Wo bleibe. Wo bleibe. Wo bleibe. Das Intervall kommt nur aus dem Zwerchfell. Stillblüh, stillblühendes Glück, mein Sehnen, mein Sehnen, ganz unbemüht, aus dem Mein Sehnen. Mein Sehnen, mein Wellen, es träumt sich zurück, zauber, 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 zauber. Abholen aus der Position und nicht gleich verschenken, nicht gleich zauber, zauber, bis das Z entsteht. Zauber, 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 zauber. Brauchen wir keinen Atem? Ich glaube nicht. Das sind lauter kleine Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen von Anfang an. Ich glaube, dass das ganz gut geht. Zauber des Tanzes lockte, lockte, warte, komm mit. Das geht schon. Zauber des Tanzes lockte, warte, warte, komm mit. Pass auf mit dem Tanz. Lass den Tanz auch nicht so wegpulvern. Zauber des Tanzes, dass das noch immer am Zügel bleibt. Immer formen und am Zügel halten. Zauber des Tanzes lockte, warte, komm mit. Zauber des Tanzes lockte, warte, 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 warte. Rausch und Not, Wahne und Glück. Ja, hol das Ü von hier aus der Klopf hinter den Zähnen an. Rausch und Not, Wahne und Glück. Rausch und Not, Wahne und Glück. Ach, das ist Gauklafs Geschick. Dein Sinnen, mein Venen. Es träumt sich zurück, zurück, zurück. Zauber des Tanzes lockte, warte, 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 warte. Sehr schön, prima. Diese schlanke Einstellung, diese schlanke, resonante, fokussierte Einstellung, das ist, finde ich schön, dass danach, wenn wir diese Position haben, können wir sie öffnen und erfüllen. Ja, aber der Ansatz ist immer ganz schön. Ich habe hier furchtbar Blendung. Ich muss leider ein bisschen aus der Sonne gehen. Mal schauen, wo das gelingt. Hier wäre das möglich. Geht es so auch? Absolut. Nee, nee, so geht es schon. Ja, ja. Das Mikrofon vielleicht da unten. Das mache ich schon. Danke, danke, Sally. So, was noch? Äh, Papa, geh doch. Gerne. Mein Sehnen. Mein Sehnen. Dann nimm das gleich wieder mit. So, danke. Okay. Papagina, Papagina. Papagina, Papagina. 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 Ja, so. Papagina. 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 Sehr schön. Sehr schön. Weibchen. Weibchen. Täubchen. Meine Schüne. Vergiebens. Ach. Sie ist verloren. Ich bin zum Unglück schon gegangen. Ja. Ich plauderte. Plauderte. Und das war schlecht. Und umgeschied es mir schon. Ja, genau. Und ich plauderte. Plauderte. Und das war schlecht. Ja. Ich weiß es. Der hat gesagt, wir dürfen nicht reden. Und ich hab geredet. Und das ist jetzt das Resultat. Ja. Ich plauderte. 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 Schön mit den P's spielen. Ja. Auch in Corona-Zeiten. Wenn wir singen das ja dann erst wieder, wenn hoffentlich irgendwann diese Scheiße vorbei ist. Ich plauderte. Plauderte. Und das war schlecht. Und drum geschieht es mir schon recht. Ich plauderte. Plauderte. Und das war schlecht. Und drum geschieht es mir schon recht. Seit ich gekostet diesen Fein. Ja. Seit ich das schöne Weinchen sah. So brennt's im Herzenskämmerlein. So zickt es hier. So zickt es da. Papagina. 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 Ja, liebe Säubchen. Säubchen. Das ist auch wieder eine Viertel und schöne BR brennt. Es brennt so furchtbar hier und überall. Ja. Sterben macht. Sterben macht. Sterben macht. Der Lieb ein End, wenn's im Herzen losbrennt. Diesen Baum da will ich ziehen. Wir an. Warte mal. Ist das ein spontaner Einfall? Ja. 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 Diesen Baum da. Plötzlich. Ganz plötzlich hat er das Bild vor sich. Das mitleiderregende. In den anderthalb Takten entdeckt er den Baum. Diesen Baum da will ich ziehen. Da da. Ba 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 ba. Mir an ihm den Hals zu stören. Weil das Leben mir missfällt. Gute Nacht, du schwarze Welt. Weil du böse an mir handelst. Mir kein schönes Kind zu handelst. So ist's aus, so sterbe ich. Schöne Mädchen denkt an mich. Schöne Mädchen denkt an mich. Will sich eine um mich armen. Ich hänge noch Schwerparmen. Wohl so lass ich's diesmal sein. Ja, warum machst du das? Ich sterbe so laut. Da steht keinerlei Dynamik im Grunde. Ich würde... Will sich eine um mich armen. Ich sterbe. Ich würde nur das sterbe. Ich würde's gar nicht so laut machen. Ich hänge. Ich hänge. Ich hänge. Es ist kein schöner Anblick. Ja, ja. Ich hänge. Wie sich eine um mich armen. Ich hänge. Ja. Wohl so lass ich's diesmal sein. Rufet nur, ja oder nein. Rufet nur, ja oder nein. Nein. Ja, auch da muss man ja oder nein. Das Komma nach dem Ja mit bedenken. Ja oder nein. Ja oder nein. Entweder sagt ihr ja oder ihr sagt nein. Ja. 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 Ja, ja. 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 Drei. Drei. Nun wohl an, es bleibt dabei. Nun wohl an, es bleibt dabei. Weil mich nichts zur Dücke hält. Gute Nacht, du falsche Welt. Gute Nacht, du falsche Welt. Halt ein, halt ein, halt ein, halt ein. Gut, sehr schön. Schöne, ganz natürliche, schöne Sprachbehandlung, man versteht jedes Wort. Das ist sehr schön, das kann man eigentlich nicht lernen, das muss man haben. Sie haben das, sehr schön. Stimme ist schön, noch Zahl, das dürfen Sie nicht unterschätzen, bitte. Nicht zu schwere Sachen, nicht zu ehrgeizig sein, weil Sie schon so erstens sehr musikalisch sind und schon so viel können. Vorsichtig, ja, mit 22, das will noch wachsen und wird sich noch groß entwickeln. Wo es mal hingeht, genau, kann man jetzt noch gar nicht sagen. Aber sehr schön, schön gearbeitet, sehr gut. Schön beieinander, bestens. War es das schon? Moment, Moment, Moment. Manchmal geht es so schnell, wenn man, was soll ich daran rumdoktern, das ist wunderbar, was Sie da machen, ausgezeichnet. Die paar Sachen bei meinen Venen, meinen Sehnen, habe ich gesagt, das ist etwas schlanker, vorsichtiger, nicht zu groß denken und nicht zu viel heiße Luft entwickeln, sondern schön konzentriert, bewusst singen. Sie sind sehr intelligent, Sie haben eine wunderbare sängerische Intelligenz, auch Sie können die Dinge erst mal ganz bewusst angehen. Bis Sie zur Selbstverständlichkeit werden, das dauert. Und je disziplinierter Sie verfahren, desto gesünder ist es für Sie in dieser Phase der Entwicklung. Das ist immer ein schwerer Punkt, wo man schon so viel möchte und sich noch nicht eingestehen will, dass man, also man könnte es, aber es tut der Stimme, dem Material nicht gut. Man könnte es technisch schon bewältigen, aber es ist noch nicht fertig. Da muss man noch warten. Das ist immer derselbe Zwiespalt. Aber sehr schön, das, was da ist, ist sehr schön. Was haben Sie sonst noch? Ich habe noch Belsarza und die alten bösen Lieder dabei. Belsarza ist ja auch so ein Riesenschinken, nicht? Ja. Ja. Aber Sie haben die ganze Dichterliebe, oder? Ja. Na, dann machen wir doch lieber die ganze und nicht bloß ein Lieben. Ich habe sie nicht Jan-Rudolf angegeben. Fangen wir doch von vorne an. Also, wenn... Okay. Wie viel haben wir noch? Ich habe jetzt... Dann habe ich sie hier. Ja, es war 25. Ja, kommt sowieso jemand gleich. Aber das können wir, das erste können wir noch machen. Im wunderschönen Monat Mai, Da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai, Als alle Vögel sangen, Da habe ich hier gestanden, Mein Sehnen unverlauern. Komisch, nicht? Warum einem das immer so schwerfällt, dieses Sehen und Verlangen, weil das Passaggio ist. Oder immer macht man immer ein bisschen, erst mal im wunderschönes, wunderschön. Es ist nicht nur schön, es ist wunderschön. Das würde ich schon... Im wunderschönen Monat Mai, fühlen sich mal ganz frei. Und noch nicht von irgendwelchen inneren Drama belastet. Es ist wunderschön und die Vögel haben gesungen und die Knospen sind gesprungen und sie haben ihre Liebe gestanden. Mehr ist ja nicht, es war doch schön, ist doch schön. Es ist noch nichts trauriges. Das kommt ja erst viel später, würde noch nicht das Drama vorwegnehmen. Im wunderschönen Monat Mai, Der Mai ist doch der schönste Monat. Es ist nur so ein Nachdenken. Im wunderschönen Monat Mai. Im wunderschönen Monat Mai. Ja, nicht vorandenken. Im wunderschönen Monat Mai. Bewusst vorandenken, dass ich auf den Mai, ich will nicht mehr Februar, März, April, ich will den Mai. Ja. Einmal noch, diese Freiheiten sich auch nehmen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knossen sprangen. Das ist ein schönes Spiel. Da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. So, pass auf, pass auf, pass auf, machen wir einmal den Stirn nicht hochziehen. Macht er auch. Ja. Versuchen Sie mal, das Gangen ganz aus dieser Ecke zu holen, aus dieser Spannung. Gangen. Gangen. Und dann, danach können wir es wieder aufweichen, auflockern, aufblühen lassen. Mal ganz bewusst die Position finden. Das Herz war jetzt sehr schön. Da ist in meinem Herzen und da sitzt genau das Gangen. Ja. Ja. Da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Versuchen Sie, bleiben Sie mal da. Ja. Rein technisch denken jetzt. Gaaaaaah. Und dann kommt dieses weiche Einwärtsgefühl, ein weiches Aufdehnen und damit vergrößert sich oder öffnet sich der Ton. Nur mal technisch sich das vorstellen. Da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Versuchen Sie, genau das G zu treffen. Gaaaaaah, 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 mal sagen. Gaaaaaah, gaaaaaah, gaaaah enn LE conting. Nein, lockern, 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 Stirn entfalten. Gegangen, 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 nee, 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 wir machen nur Technik. Da ist in meinem Herzen, nochmal das Herz, da ist in meinem Herzen. Pass auf, pass auf, da ist, ist schon alles weg, da ist in meinem Herzen, hol es zu dir, da ist, nicht das da unbedacht, da ist irgendwo hin, sondern da ist, da ist, da ist in meinem Herzen, die Liebe aufgegangen. Ja, komischer Übergang, nicht? Gegangen, ich spüre es ganz doll hier. Ich spreche es hier, ich spreche es hier, ich spreche, und der Punkt ist derselbe, ob gegangen, ist immer dasselbe. Diese Nahtspannung, davor. Gegangen, da ist in meinem Herzen, die Liebe aufgegangen. Ganz schön, und das pass auf mit, die Liebe, die Liebe, ein L und ganz weich wieder hineinheben, nicht die Liebe, die Liebe aufgegangen. Im Einatmungsprozess, ein letztes Mal. Da ist in meinem Herzen, die Liebe aufgegangen. Ja, Achtung, 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 aber das macht nichts, das passiert. Das ist aber schon der richtige Weg. Nicht wegziehen, go, 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 go. Geht sofort wieder runter, geht sofort wieder runter, gangen, 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 nur nicht gangen, sondern gangen. Der Hauptvokal der deutschen Sprache ist das Ä. Wir sagen pausenlos Ä, 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 was ich noch sagen wollte, Ä. Ä, 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 Ä. Und das Ä ist wie das A, sitzt genau am selben, ist ein A mit zwei Punkten. Nehme ich die Pünktchen weg, ist es wieder ein A. Also das ist immer am selben Platz. Aber es liegt hier an der Lage, nicht, an dieser, was ist denn das da? Ein F. Ein F? Ein F? Ja. Ja, Passagio, nicht? Also über dem Passagio schon fast. Ja, aber sehr schön, sehr schön, dann basteln wir morgen dran weiter. Okay. Okay? Gut, danke, sehr schön. Vielen Dank. Gut, jetzt käme Annika Vogel. Ja, ich bin ja auch. Wunderbar. Ja, ich bin ja auch. Ja, ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Okay. Ich bin ja auch. Genau. Vielen Dank. Hallo, wie alt ist denn die Annika? Ich bin ein Junge, 30 Jahre alt. 30? Und schon am Ende des Studiums sozusagen. Ja, genau. Gut. Mit Babypause. Ja. Genau, ich habe einfach mal notiert, dass es los war. Ja, machen wir es mal, Amina. Ja, genau. Ja. Darf ich die einfach dann hinlegen? Ja. Ach, ich fühl's, es ist verschwunden. Sing ein bisschen zu mir. Ja. 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 Der Liebe Sehne, der Liebe Sehne, so wird Ruhe, so wird Ruhe im Tode sein. Falls du dich der lieben Sehne, fühlst du dich der lieben Sehne. So wird Ruhe, so wird Ruhe im Tode sein. So wird Ruhe im Tode sein, im Tode sein, im Tode sein. Ja, prima, schwere kleine Aria, nicht? Zwei Seiten, die alles zeigen, das ist wirklich immer teuflisch. Wie lang war die Babypause? Ähm, also ich habe so circa drei Jahre, glaube ich, nee, Quatsch, nicht drei Jahre, aber eher zwei, so unregelmäßig Unterricht. Ja, verstehe. Also man ist ein bisschen out of training. Das erste Ach ist wieder wirklich kein richtiger, das ist ein großer Seufzer. Ach, ach, ich fühl's. Gleich den Atem mobilisieren mit dem ersten Einstieg, mit dem Ach. Ach, das ist ein ganz emotionales Geräusch. Ach, ach, ich fühl's. Es ist. Fahren wir es gleich nochmal. Und ach, ach, nicht och. Ach, 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 ich fühl's. Ach, ich fühl's. Trauen sich ruhig. Ach, 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 ja. Ach, ich fühl's. Ach, ich fühl's. Und lass schön Zeit lassen. Es ist, dass es nicht unter den Tisch fallen lassen. Nicht es ist, es ist, es ist. Ach, ich fühl's, es ist verschwunden. Es ist, es ist, es ist, es ist. Es ist, 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 es E gebaut haben. Das ist nicht ewig, 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 ewig hin, ewig hin, der liebe Glück. Mein ganzes Glück. Mein ganzes Glück. Ich glaube, das steht in den Noten. Das ist, glaube ich, normalerweise. Moment. Der liebe Glück. Was? Das sind verschiedene Ausgaben. Aha. Der liebe Glück ist es. Ah, der liebe Glück. Genau. Ja. Ewig hin, der lieb. Noch einfacher. Weil wir die ganze Zeit denselben Vokalraum bedienen. Ewig hin, der liebe Glück, ewig hin, der liebe Glück. Lie, spüren Sie Ihr Becken, nehmen Sie ein bisschen da, verankern Sie den Ton im Becken, nicht wegflackern lassen. So, lie, lie, runden Sie Ihr Becken, fangen Sie den Ton auf, nicht liebe Glück, irgendwo hin. Liebe Glück, der, 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 liebe Glück. Und Glück genauso noch. Liebe Glück, Glück ist ein wichtiges Wort. Wieder das letzte Wort der Phrase, was nicht unter den Tisch fallen darf. Das Herz von Anfang an ist ein furchtbar schweres deutsches Wort. Immerzu haben wir Herz und Schmerz und immer quälen wir uns mit diesem Ä herum. Nicht he, he, ganz locker öffnen das Herz. He, 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 herzen. Das machen, also die Hälfte der Parminen singen so, wie sie das eben gemacht haben und die Hälfte singt es so, wie ich es möchte. Und wenn wir uns das mal genau angucken, wieso ziehen wir da runter? Das ist nicht geschrieben von Mozart. Es endet bei Jadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad die graben wir uns aus dem Herzen. Die haben eine besondere Bedeutung, sonst hätte er sie nicht noch mit einem Staccato versehen, was natürlich mehr oder weniger ein Tenuto ist in dem Fall. Also, Meinem Herzen, Meinem Herzen. Versuchen. Meinem Herzen, Meinem Herzen, Meinem Herzen, erst zurück. Ja, also wichtig, den Namen, der Name, der schönste und geliebteste Name in der Welt. Wenn Sie das Tamino, außerdem wollen Sie ihn, reden Sie ihn an, ganz gezielt. Aber mit dem geliebtesten Namen, den Sie in sich tragen. Tamino. Bam, 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 bam. Sinterino, du seit Leben fließt, traut an dir allein, dir allein. Fühlst du nicht, der liebe Sinne, der liebe Sinne, so wird Ruhe, so wird Ruhe im Tode sein. Ruhe im Tode sein, nicht zu sehr schließen, das Ruhe im Tode sein. Bisschen öffnen. Tode, Tode sein. Ja, noch mal gleich noch mal. Fühlst du nicht, der liebe Sinne, fühlst du nicht, der liebe Sinne, fühlst du nicht, der liebe Sinne, der liebe Sinne, so wird Ruhe, so wird Ruhe im Tode sein. Nicht atmen, nicht atmen. Musst du nicht atmen. Ja, atmen doch. So, so wird Ruhe im Tode sein. Da brauchen wir nicht zu atmen. Also. So wird Ruhe, so wird Ruhe. Ruhe im Tode. Ja, gib keine Luft ab mit. Im Tode. So wird Ruhe im Tode. Ruhe und Tode. Das Im, nicht im Tode. Das sind die Sachen, wo man so Luft verliert, wo man so durchschiebt und Atem abgibt. Ist nicht nötig. Ist nicht nötig. Ja. Nochmal. So wird Ruhe. Folgen Sie mal der Linie. Folgen Sie mal der Linie. Ganz bewusst, ganz bewusst musizieren. Nichts dem Zufall überlassen. Wie das aufgebaut ist, diese Phrase. Und das ist auch ein bisschen. So, 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 so. So wird Ruhe im Tode sein. So wird Ruhe. Körper, Körper mitnehmen. Nicht irgendwo hin. So wird Ruhe. Schön mitnehmen den Körper. So wird Ruhe im Tode sein. Im Tode sein. Im Tode sein. Im Tode sein. Im Tode. Machen Sie mal keinen O. Machen Sie mal keinen O-Mund. Machen Sie mal keinen O-Mund. Im Tode. Im Tode. Ja. Im Tode sein. Im Tode sein. Im Tode sein. 聊 ist kein O-Mund. Im Tode sein. Im Tode sein. Es ist fast ein U. Ja. Das kann auch wirklich immer dieses Sie, Tamino, sieh doch bitte, wie ich leide, ich weine um dich, warum hilfst du mir nicht, du musst doch nur etwas sagen, sei doch nicht so, sie weiß ja nicht, dass er nicht darf. Mach nochmal, Sie, Tamino. Ja, und was denn? Diese Tränen ist entraut an Dir allein, Dir allein fühlst du nicht die Liebe disrupted. Der Liederlinnen, der Liederlinnen, so wird Ruhe, so wird Ruhe im Tude sein. Verschlechte, liebe Zähne, für zur Leicht der Ere nennen, so wird Ruhe, so wird Ruhe im Tude sein. So wird Ruhe im Tude sein. Im Tude sein, im Tude sein. Sehr schön. Warum steht hier, das verstehe ich überhaupt nicht, da haben Sie das T, also wird Ruhe, das T oben geschrieben. So wird Ruhe. Ich glaube, dann kann ich den Ton besser oben ansetzen. So wird Ruhe. Wenn ich das T oben spreche, habe ich das Wort Ruhe und nicht Ruhe. Das ist dann auch meine beste Wachstum, das ist dann auch meine beste Wachstum. Ach so, wollten Sie ihr damit helfen oder was? Bisschen schon, ja. Ja, aber ich finde das verwirrend, aber wenn es Ihnen hilft, dann, aber ich muss klar hören, so wird Ruhe. So wird Ruhe. Aber von oben natürlich einsetzen mit dem R und nicht so wird Ruhe, so wird Ruhe, so wird Ruhe. Er ist komisch. Versuchen, machen Sie nochmal, wie Sie es gewöhnt sind. So, Ruhe, Ruhe, oder wie? Naja, das war tatsächlich jetzt noch nicht, es ist noch nicht drin in der Stimme, deswegen ist das schon okay. Aber ich mache es einfach nur mal. Machen Sie nur so. Sängen wir nochmal ein. So wird Ruhe, so wird Ruhe, so wird Ruhe, so wird Ruhe, nicht ab. Entschuldigung, gleich nochmal. So wird Ruhe im Tode sein, so wird Ruhe im Tode sein. So wird Ruhe, so wird Ruhe im Tode sein. So wird Ruhe im Tode sein, so wird Ruhe im Tode sein. So wird Ruhe im Tode sein, so wird Ruhe im Tode sein. Also das ist ein kleiner, das verstehe ich, das ist scheinbar ein kleiner Knoten drin, das ist doch ganz einfach, so wird Ruhe, so wird Ruhe, so wird Ruhe. Kann ich nochmal probieren? Ja, klar. So wird Ruhe, so wird Ruhe, so wird Ruhe. Versuchen Sie mal jetzt, das Ruhe zu finden, erst zu suchen und dann möglichst zu finden, ohne gleich den Mund so weit aufzumachen. Nur ganz schlanke Ruhe, als ob es so aus den Mundwinkeln kommt. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ja, nur technisch denken, gar nicht jetzt großen Ton und nicht so viel Ruhe mitnehmen, sondern Ruhe, Ruhe. Sagen Sie es mal so. So wird Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ruhe, Ruhe. So wird Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. So wird Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Das ist schon zu laut, schon zu laut. So wird Ruhe. Nochmal lassen Sie es dann ganz piano hängen. So wird Ruhe. So wird Ruhe. Jetzt ganz ein bisschen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Sehr gut. Und gleich nochmal so. Und gleich nochmal so. So wird Ruhe. Und nicht Ruhe. So wird Ruhe. Machen Sie es mal auf einem Ton. So wird Ruhe. Und holen sich den Ton ganz zu sich. Also so ganz schlank in sich hineinheben. So wird Ruhe. Nur das. Ich will nur das. So wird Ruhe. So wird Ruhe. So wird Ruhe. Und packen Sie das U um das I. Als ob das I im U erhalten bleibt. So wird Ruhe. Ich male mir das U genau um das I rum. So wird Ruhe. Sehr schön. Sehr schön. Und das versuchen Sie jetzt so. So wird Ruhe. Im Oktavsprung auch. Oktave ist immer die schwerste. Schwerste Intervall. Jetzt genau wieder das U um das I rum malen. So wird Ruhe. So wird Ruhe. So wird Ruhe. Jetzt so. Im Tode sein. Vielleicht ist das der Weg. Das Ruhe da oben zu erleichtern. Natürlich ist das die schwerste Phrase im Stück. Nicht? Ist ja nicht umsonst immer berüchtigt. Diese Paminen-Arie. Aber das ist schon eine der wichtigsten Arien, die wir uns erarbeiten können. Auf zwei Seiten. So viel Inhalt und so viel Können ist da verlangt. Jetzt machen wir es die ganze einmal. Noch mal bitte. Und mit diesem Ach, ich fühl's. Und führen Sie Ihren Atem mit Ihrer Emotion. Sie können ja atmen. Ach, ach, ich fühl's. Es ist entschwunden. Schönen zu, FRAUT in der neue Hölle Glück in der derział perhaps wewigen wewigen Meine Stunden, meinem Herzchen, mir zurück. Meinem Herzchen, meinem Herzchen. Mein Herzchen, mir zurück. Schiet, amigo. Diese Tränen fließen trauter dir allein. Wir allein fühlst du nicht die Liebe. Warum atmen Sie da immer? Warum setzen Sie ab? Fühlst du nicht der Liebe sehen? Nicht nicht der Liebe. Fühlst du nicht der Liebe durchziehen? Fühlst du nicht der Liebe sehen? 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 Ja, schön, war ein sehr guter Versuch. Nur keine Angst haben, auch beim O, dann den Mund mal ein bisschen zu öffnen. Es ist nicht Tode sein, im Tode sein, es ist locker, ein lockeres O, aber ich lege es so in den Mund. Und nicht Tode sein, in dem O ist schon das Ä und das Ei und alles ist immer, die Vokale erfrischen sich gegenseitig und jeder lebt vom Vorherigen und gibt seine Frische an den Nächsten weiter. Ja, die sind ganz, das ist eigentlich immer am selben Punkt. Im Tode sein. Im Tode sein. Genau. Tode sein. Im Tode sein. Im Tode sein. Ja. Im Tode sein. Im Tode sein. Genau. So offen und so locker. Gemerkt? Ja. Im Tode sein. Dann wo das D ist, vom Tode ist auch schon gleich das Sein. Genau am selben Punkt. Darum ist es ja immer so einfach. Am Schluss. Wir machen es uns nur so schwer. Wir gehen so viel Umwege. Wenn wir das mal kapiert haben, diesen Vokalausgleich, wie man das nennt, dann ist es ganz einfach. Und sehr schön. Vielen Dank. Danke Ihnen. Jetzt kommt Lars Tappert. Oder? Jawohl. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schweres Lied, oder? Ja. Also ich... Dieser Überschwang am Anfang... Ja. So großräumig wird, große Bögen, nicht so kleine Silben. Ich weiß es noch nicht, es ist schwierig, ich gebe es zu, es ist ein schweres Lied. Aber es kommt aus jugendlichem, großem Überschwang. Und dann erst plötzlich, ach wie ist mein Arm so schwach, was ich hebe, ich kann ihr nicht zeigen, aber ich möchte so gerne. Und dann sitze ich da. Und dann spricht sie und er erst sagt was und dann, das ist so diese Kapitel für Kapitel. Wenn wir das erste Kapitel mal angehen. Ja, ja. Ja, ja. Davon darf man sich nicht in eine Belastung treiben lassen. Nicht? Nicht in kleinteilige Belastung treiben lassen. Fangen wir nochmal an. Legato denken. Hätte ich tausend Arme zu rühren, könnte ich tausend die Räder führen, könnte ich spielen durch alle einen. Sehr gut, nochmal, nochmal. Und das, hätte ich tausend Arme zu rühren, sie müssten fast zu früh kommen mit dem könnte ich. Dass man die Pause wirklich, das ist ja kaum eine. Hätte ich tausend Arme zu rühren, das ist ja nur eine Atembewegung. Hätte ich tausend Arme zu rühren, könnte ich brausend die Räder führen, könnte ich spielen durch alle Heine, könnte ich drehen alle Steine. Dass die schöne Müllerin... Dass die schöne Müllerin... Keine Haas, nicht schöne Müllerin... Dass die schöne Müllerin... Ich würde hier den Text ganz unwichtig nehmen. Ich würde nur meiner Emotion Raum geben. Ich möchte ihr zeigen und beweisen, dass ich was kann, dass ich was bin. Dass ich Aufsehen errege, wie der Hahn auf dem Mist. Das ist ein Hähnchenlied. Ja. Hätte ich tausend, hätte ich tausend Arme zu rühren, die Ada... Hätte ich tausend Arme zu rühren, könnte ich brausend die Räder führen, könnte ich wehen durch alle Heine, könnte ich drehen alle Steine. Dass die schöne Müllerin... Dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Ach, wie ist mein Arm so schwach, was ich hebe, was ich flehe... Der zweite Kapitel. Ach, wie ist mein Arm so schwach... Ich würde den Arm so schwach... Auf das... Arm und schwach. Ach, wie ist mein Arm so schwach... Was ich hebe, was ich trage, was ich schneide, was ich schlage... Jeder Knappe tut mir's nach... Mach das, mach das, schlage... Jeder Knappe, jeder Knappe... Da fängt's jetzt, muss man jetzt wieder die Textverständlichkeit und diese Verachtung... Jeder Knappe tut mir's nach... Ich bin ja ein Versager... Ja? Ach, wie ist mein Arm so schwach... Was ich hebe, was ich da... Was ich hebe, was ich da... Mach das wirklich, dass es dir selber auf die Nerven geht. Okay. Entschuldigung. Ach, wie ist mein Arm so schwach... Was ich hebe, was ich trage... Was ich schneide, was ich schlage... Jeder Knappe tut mir's nach... Jeder Knappe tut mir's nach... Und da sitz ich in der großen Runde... Möcht so gern und kann nicht... Subtext, Subtext auch beim Lied... Und da sitz ich in... Ja, was will er denn weiter sagen... Da sitz ich in der großen Runde... Und... In der... Ja, also die ist still und kühl... Ist die Feierstunde... Abend... Feierabend... Und der Meister... Ich möchte auch was sagen... Aber der Meister sagt zu allen... Euer Werk hat mir gefallen... Hat ihm auch mein Werk gefallen? Hoffentlich... Und dann sagt sie was... Und was sagt sie? Gute Nacht... Gute Nacht... Gute Nacht... Gute Nacht... Ja... Also das... Da muss immer... Immer weiter denken... Immer dazwischen... In den Pausen... Weiter denken... Und da sitz ich in der großen Runde... Fühlt mich gar nicht besonders wohl... In der stillen, kühlen Feierstunde... Was soll ich sagen? Gott sei Dank sagt der Meister was... Und der Meister sagt zu allen... Euer Werk hat mir gefallen... Euer Werk hat mir gefallen... So... Es ist nicht... Das habe ich auch noch nie verstanden... Aber jeder macht es... Ich glaube ich habe es auch so gemacht... Ich habe es auch einmal gesungen... Dass man immer... Der Doppelpunkt sind keine Anführungszeichen... Es spricht also nicht der Meister... Sondern es spricht... Was wie wir... Empfinden... Was der Meister gesagt hat... Und der Meister sagt zu allen... Euer Werk hat mir... Ich würde... Ich würde fragen... Hat ihm auch mein Werk gefallen? Hoffentlich... Okay... Ich habe mich so bemüht... Um mal... Den richtigen Eindruck zu hinterlassen... Lass die Hoffnung leben... Und der Meister sagt zu allen... Euer Werk... Ich würde jetzt nicht den Meister direkt nachmachen... Okay... Und auch nicht das Mädchen... Okay... Und der Meister sagt zu allen... Fangen wir nochmal an... Und da sitze ich in der großen Runde... Dass wir uns die Szene nochmal genau vorstellen... Und da sitze ich in der großen Runde... In der stillen, kühlen Feierstunde... Euer Werk hat mir gefallen... Und das liebe Mädchen sagt... Allen eine gute Nacht... Allen eine gute Nacht... Allen eine gute Nacht... Allen eine gute Nacht... Allen... 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 Ichogan... Allen nicht besonders... Dann hat's nicht zu mir selber gesagt... Sie hat es zu allen gesagt. Die Enttäuschung. Und das liebe Mädchen sagt, allen eine gute Nacht. Allen eine gute Nacht. Hätt ich tausend Arme zu rühren, könnt ich draußen die Räder führen, könnt ich wehen durch alle Haine, könnt ich drehen alle Steine, dass die schöne Müllerin mögte meinen, meinen Treuen sinn. Dass die schöne Müllerin mögte meinen, meinen Treuen sinn. Dass die schöne Müllerin birgte meinen Treuen sinn. Ja, jetzt probieren wir noch mal was aus, dass wir nicht ganz so langsam werden. Wenn da war das, die schöne Müllerin. Ich würde eine Intensität lassen. Denn es steht ja keine Tempoänderung da. Es steht ja doch bloß, entstellt auf, steht einfach nur ein liegender Akkord da. Aber das Tempo hat sich ja nicht geändert, oder? Nein. Aber es wird immer so gemacht. Ich verstehe das. Ich würde gerne nur mal was anderes ausprobieren. Ich verstehe den Subjects, ja. Also wir machen noch mal, könnt ich drehen alle Steine, dass die schöne Müllerin merkte meinen, meinen Treuen sinn. Dass die schöne Müllerin bleibt mal da dran am Ball. Wo sie wollen, steigt ein, wo ihr wollt. Von mir aus noch mal bei etwas geschwinder. Genau. Oder hätte ich tausend Arme noch mal bei etwas geschwinder. Hätte ich tausend Arme zu rühren, könnte ich draußen die Räder führen, könnte ich schwirren durch alle Haine, könnte ich drehen alle Steine. Ach, Entschuldigung. Macht nix, macht nix, macht nix. Weiter so. Okay, noch mal. Könnt ich tausend Arme zu rühren, könnte ich draußen die Räder führen, könnte ich wehen durch alle Haine, könnte ich drehen alle Steine, dass die schöne Müllerin merkte meinen, meinen Treuen sinn. Dass die schöne Müllerin merkte meinen, meinen Treuen sinn. Da würde ich gar nicht atmen nach Müllerin. Nicht atmen nach Müllerin. Okay. Dass die schöne Müllerin merkte meinen Treuen, Treuen sinn. Das würde ich, das erste Mal nur nach dem Meinen, das haben Sie richtig, und dann würde ich gar nicht auch erst wieder nach Meinen. Okay. Gar nicht vor dem Märkte. Das ist die schöne Müllerin merkte meinen, meinen Treuen sinn. Das ist die schöne Müllerin merkte meinen, meinen Treuen sinn. Das ist die schöne Müllerin merkte meinen, meinen Treuen sinn. Ja, nur die Intensität erhöhen. Das ist die schöne Müllerin merkte meinen Treuen sinn. Da kann man mit den Worten spielen. Was anderes ist da gar nicht gemeint, glaube ich. Ja. So, jetzt wollen wir noch einmal bitte zu dem Treuen sinn. Dass die schöne Müllerin merkte meinen Treuen sinn. Gehen wir noch mal in die zweite, dass die schöne Müllerin, ja. Ein bisschen langsamer jetzt. Also unten auf der Seite. Das ist die schöne Müllerin merkte meinen, meinen Treuen sinn. Meinen, jetzt nehmen wir es technisch raus. Meinen Treuen sinn. Versuchen Sie das treu genau aus dem Nennen zu holen. Meinen Treuen sinn. Und lassen Sie das treu, machen wir es mal bitte Zeitlupe, ja. Meinen, oder? Ja. Meinen Treu. Nicht jetzt Schubert denken, sondern eine Vokalise. Meinen, meinen, meinen Treuen sinn. Pianoden denken, bitte. Meinen Treu. Und jetzt versuchen Sie mal, das Treu ganz weich gerade zu halten und warten Sie mal auf das natürliche Vibrato. Halten Sie es treu. Mehr will ich gar nicht. Meinen, meinen Treuen. Zu laut und ohne Atem. Meinen, meinen Treuen. Nehmen Sie den Atem mit. Meinen Treuen. Nehmen Sie den Atem mit. Nehmen Sie den Atem mit. Noch mehr Atem bitte. Mama, meinen Treuen. Nehmen Sie den Atem mit. Ja, ja. Richtig, noch mal bitte. Weich folgen Sie dem Aufbau und folgen Sie, wie das Treu, wie das Wort Treu sich in Ihnen entfaltet. Aber ganz weich und Piano und halten Sie den Ton am Zügel. Meinen Treu. Das TR sprechen Sie mal hier. Treu, Treu, Treu. Ja, das müssen Sie ein bisschen aufpassen, sonst kommt das Vibrato, so wird es so ein bisschen eng. Und das soll nicht passieren. Das ist eigentlich immer ein Zeichen, dass Sie nicht genug mit Ihrem Atem arbeiten, sondern mit einer kleinen Belastung entstehen lassen. Eine Kehlbelastung. Und das ist auch ein Lied, ein Paradebeispiel für emotionalen Atem. Hätte ich Tau, hätte ich Tau, hätte ich Tau, Tau. Und ich habe immer das Gefühl, ich spreche hier und nicht hier oben. Hätte ich Tau, sind Tau, 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 Tau. Das ist sofort eine große Reaktion im Zwerchfell. Und das muss durchgehend sein. Es gibt kein einziger Ton ohne Zwerchfellbeteiligung. Eine spielerische, ständige Erregung und Bewegung des Zwerchfells. Und so machen wir es noch mal. Nicht eine Sekunde darf der Körper starr oder ruhig werden. Die ganze Zeit muss das mitleben. Und ihren ganzen Körper ergreifen. Dieses lebendige, spielerische Gefühl des Zwerchfells. Gehen wir noch mal? Von Hätte ich Tau und Tau. Fangen wir gleich an. Hätte ich tausend Arme zu rühren, könnte ich brausend die Räder führen. Da habe ich immer das Gefühl, Sie machen zu am Ende der Phrase. Hätte ich tausend Arme zu rühren, hätte ich tausend Arme zu rühren, hätte ich tausend Jahre. Lassen Sie offen, lassen Sie auf, gehen Sie weiter, nicht zuschließen. Sie machen zu. Ja. Hätte ich tausend Arme zu rühren, rüh, 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 nicht rühren. Nur mal? Hätte ich tausend Arme zu rühren, könnte ich brausend die Räder führen. Könnte ich wehen durch alle Heine, könnte ich drehen alle Steine, dass die schöne Müllerin Mette meinen, meinen treuen Sinn. Heben Sie das Treu wieder ganz in sich hinein. Meinen Tron, meinen treuen Sinn. Ja. Ja. Dass die schöne Müllerin Mette meinen, meinen treuen Sinn. Dass die schöne Müllerin Mette meinen, meinen treuen Sinn. So, jetzt versuchen wir gar nicht zu atmen. Das geht auch. Das geht am leichtesten. Also nur vor das. Dass wir nicht mal nach dem Meinen meinen. Dass die dreie Müllerin Mette meinen, meinen treuen Sinn. Aus. Einfach so eine große, weiche Phrase. Ja. Nicht an den Text denken. An die Linie, an den großen Bogen denken. Dass die schöne Müllerin Mette meinen, meinen treuen Sinn. Dass die schöne Müllerin Mette meinen, meinen treuen Sinn. Ja, 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 das muss man üben. Klar, alles muss man üben. Ich glaube, ich hätte mehr Zeit gehabt für den Atmer inzwischen. Aber das erste Mal ging sehr gut. Ja. Gerne nochmal. Gerne nochmal. Jawohl. Dass, dass die schöne Müllerin Mette meinen, meinen treuen Sinn. Einatmen und halten und auf dem Atem spielen. Dass die schöne Müllerin Mette meinen, meinen treuen Sinn. Dass die schöne Müllerin Mette meinen, meinen treuen Sinn. Mette meinen, Mette meinen, Mette meinen treuen Sinn. Entspannen Sie mal hier. Mette meinen treuen Sinn. Mette meinen treuen Sinn. Wir brauchen zum Singen überhaupt kein Kinn. Zum Sprechen und zum Singen brauchen wir kein Kinn. Das Kinn, die Kaumuskulatur hängen wir aus, das Kinn stellen wir weg. Mette meinen treuen Sinn. Das Kinn, das spielt sich alles hier ab und hier. Nochmal. Nochmal. Mette, 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 mette. Mette meinen treuen Sinn. Und das Ganze noch einmal bitte. Und jetzt auf all die Kleinigkeiten, das ist gar nicht nötig, nur auf Ihren emotionalen Atem achten. Dass nicht eine Phrase, nicht ein Wort ohne Atembeteiligung gesungen wird. Und Sie können sich auch mal hinsetzen. Nehmen Sie sich mal den Stuhl, der da hinter Ihnen steht. Können Sie es auswendig? Ja, ich glaube, ich kriege es hin. Dann stellen Sie es weg, das Pult. Stellen Sie sich, setzen Sie sich hin. Und erzählen mir das. Kommen Sie ein bisschen da rum. Und jetzt erzählen Sie mir das. Was bedrückt Sie? Jetzt erzählen Sie mir das, was hier los ist. Hätte ich tausend, aha, Sie möchten tausend Arme haben? Im Augenblick haben Sie nur zwei. Das verstehe ich. So. Hätte ich tausend Arme zu rühren, könnte ich brausend die Räder führen. Könnt' ich wehen durch alle Heine, könnte ich drehen alle Steine. Dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Das verstehe ich. Ach, wie ist mein Arm so schwach. Was ich hebe, was ich trage, was ich schneide, was ich schlage. Jeder Knappe tut mir's nach. Jeder Knappe tut mir's nach. Und da sitz' ich in der großen Runde, in der stillen, kühlen Feuerstunde. Was gibt's zu essen? Und der Meister sagt zu allen, euer Werk hat mir gefallen. Also. Euer Werk hat mir gefallen. Und das liebe Mädchen sagt, allen eine gute Nacht. Allen eine gute Nacht. Hätte ich tausend Arme zu rühren, könnte ich brausend die Räder führen. Könnt' ich wehen durch alle Heine, könnte ich drehen alle Steine. Dass die schöne Müllerin merkte meinen, meinen treuen Sinn. Dass die schöne Müllerin merkte meinen, meinen treuen Sinn. Dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Tja, da weiß ich auch nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Also das ist so eine, das ist eins von den Liedern, die ganz direkt eigentlich ans Publikum gehen. Das muss man immer sich klar machen. Es gibt Monologe und Dialoge. Die meisten sind Dialoge. Es gibt auch viele, wo man ganz bei sich und in sich ist. Aber da schildert er doch, mein Gott, ich möchte so gerne, aber ich kann nicht. Das ist aber eine ganz extrovertierte Geschichte. Eigentlich nicht. Viele sind hier ganz introvertiert. Aber das ist, ah. Und den Schluss eben, das Tempo liegt ganz bei Ihnen. Dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Was immer Sie damit machen wollen. Das ist eigentlich eigentlich für die innere Zerrissenheit eher, wenn das etwas schneller bleibt. Ja, das wäre meine Version, aber ich bin ja kein Tenor. Ich weiß ja nicht, was Tenöre, das ist ja ein Tenorzyklus. Also das ist, ich würde da mir die Freiheit nehmen, wie ein Rezitativ das zu behandeln quasi. Ja, das ist ja nicht. Ja. Dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Also eigentlich ist jedes Wort hat eine andere... Können wir das nochmal machen? Ja, gerne. Und dann hat er auch, er hat auch die Freiheit, dass das, diesen Abschluss, wie man... Da, 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 pianissimo ist der. Und dann hat er wieder diese beiden wuchtigen Akkorde. Das ist unglaublich. Wunderbar. Noch eins? Ja. Welches? Vielleicht das nächste. Neugierige? Ja. Ja. Das ist auch ein schweres Lied, weil man immer... Da, 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 die, da, ich trage keine Blume. Versuchen Sie, die Betonung dagegen zu arbeiten. Das ist die Herausforderung dabei, nicht? Deswegen habe ich die zwei Lieder rausgesucht. Ja. Ich frage keine Blume, ich frage keinen Stern. Sie können mir alle nicht sagen, was ich erführe so gern. Ich erführe so gern. Ich erführe und locker lassen so gern. Nicht ich erführe, nicht. Ich erführe so gern. Ich bin ja auch kein Gärtner. Die Sterne stehen zu hoch. Mein Bächlein will ich fragen, ob mich mein Herz belog. O Bächlein meiner Liebe, Wie bist du heute so stumm? Will ja nur eines wissen, Ein Wörtchen um und um. Ein Wörtchen um und um. Ja, heißt das eine Wörtchen, Das andere heißt nein. Die beiden Wörtchen schließen die ganze Welt mir ein. Die beiden Wörtchen schließen die ganze Welt mir. Die ganze Welt mir. Die Welt ist groß. Die ganze Welt schließen die ganze Welt mir. Die Welt, die Weltkugel. Die ganze Welt schließen diese beiden Wörtchen. Ja und nein. Die schließen die ganze Welt mir ein. Nicht Welt. Da sind immer 33 Muskeln zu viel hier in der Gegend. Die beiden Wörtchen schließen die ganze Welt mir ein. Die beiden Wörtchen schließen die ganze Welt mir ein. Die beiden Wörtchen schließen die ganze Welt mir ein. Oh, Böchlein meiner Liebe, Was bist du wunderlich? Willst ja nicht weiter sagen, Sag, Böchlein meiner Liebe, Sag, Bärchlein, lieb sie mich, sag, Bärchlein, lieb sie mich. Ja, ich überlege gerade, wie das sehr langsam, wenn er da extra schreibt, sehr langsam ist es hier alles auseinandergefallen, auch bei mir das Mikrofon. Wir halten hier gar nicht in diesem... Das Köpfchen geht ab. Das ist... Das Köpfchen ist abgegangen. Das ist aber auch gar nicht so wichtig. Ich helfe ihm. Ja, hier ist das Köpfchen. Ich gucke mal in der Pause. Aber so klappt es schon. Vielen Dank. Ich überlege gerade, ob wir da nicht mal riskieren... Noch langsamer. Noch langsamer zu werden. Und dann müssen wir uns genau überlegen, wo wir wieder anziehen. Weil er schreibt ja auch, man sagt ja immer, ja, heißt das eine Wörte. Hier empfinde ich immer, ja, heißt das eine Wörtchen. Das andere heißt, nein, die beiden... Ob man da, ob er nicht da, das ist sonst immer so vorgefertigt. Das sind doch Sachen, die ihm gerade erst einfallen. Ja. Nicht? Also wollen wir noch mal dieses... Oh, Böchlein meiner Lieben... Also das erste Mal, ja. Mal etwas noch eine ganze Spur ruhiger werden. Beim ersten Mal. Oh, Böchlein meiner Lieben... Wie bist du heute so stumm? Halt das stumm noch! Langes U und viel M. Guck in den Bach. Höre, der ist stiller als sonst, weil du überträgst deine matten, traurigen Gefühle. Oh, Böchlein meiner Lieben... Was bist du heute so stumm? Will ja nur eines wissen... Nur eines... Noch deutlicher. Will ja nur eines wissen... Das eine, das großgeschriebene eine. Das ist das, der Höhepunkt der Phrase. Will ja, will ja nur eines wissen... Ein Wörtchen um und um... Ein Wörtchen um und um... Ein Wörtchen um und um... Ja, heißt das eine Wörtchen. Das andere heißt nein. Die beiden Wörtchen schließen die Garten. Ja, 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 heißt das eine Wörtchen. Ich würde es nachdrücklicher. Nicht so... Ich würde es eher nachdrücklich als schnell. Ja, heißt das eine Wörtchen. Heißt das eine Wörtchen. Das andere... Welches andere? Heißt es nein? Nein. Da ist so viel dahinter. Ja, meine Überlegung war... Das heißt das eine Wörtchen. Ein bisschen schneller und freudiger mit dem, was damit verbunden ist. Ja, ja, das ist schon klar. Aber... Ja, ja, dann machen Sie es, wie Sie es wollen. Klar. Ich würde... Ich dachte nur immer... Ich probiere es gerne auch anders aus. Nein, nein. Das ist auch wieder so ein Rezitativ-Gefühl. Ja, das ist schwierig. Rein und nach diesem... Nach diesem... Ruhigen... Das Bächlein bleibt stumm. Und du willst das... Ein Wörtchen nur. Ein Wörtchen. Und ja... Heißt das eine Wörtchen, was ich so gern hören würde. Und das andere... Möchte ich mir gar nicht vorstellen. Das heißt... Nein. Ja. Ja, also... Ich denke immer mit so viel Subtext dazu. Dann müssen wir die Blume abreißen. Ja, 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 ja. Genau, die Blume. Ja, nein. Ja, heißt das eine Wörtchen. Das andere heißt... Nein. Die beiden Wörtchen schließen die ganze Welt mir ein. Die beiden Wörtchen schließen die ganze Welt mir ein. Und jetzt gehen wir in ein normales... O Möchlein meiner Liebe, wie bist du wunderlich? Will's ja nicht weiter sagen, sag Bächlein, lieb sie mir. Sag Bächlein, Bächlein, du kleines Bächlein. So zwischen zwei begrünten Ufern, ganz eng, fließt da so ein flaches Bächlein. Ich glaube, es ist kein... Das ist kein... Das ist nicht der große rauschende Mühlbach, das ist ein Stück weiter. Okay. Da ist er weitergelaufen. Da hat er... Bächlein, Bächlein. Er wollte allein sein. Er ist weitergelaufen. Mhm. Bach schwächer. Und mach nicht Bächlein, sag Bächlein. Mach es ganz weich und unbemüht. Und dann mehr auf das Liebt quasi. Bächlein liebt. Sag Bächlein liebt sie nicht. Bächlein liebt. Ich will nur, dass das Bächlein wirklich ein Bächlein bleibt und nicht ein Fluss wird. Sag Bächlein liebt sie nicht. Sag Bächlein liebt sie nicht. Sehr schön. Die sind wirklich schwer, diese Müller-Lieder. Ich finde die mit am schwersten. Dagegen ist die Winterreise ein Klacks. Also wie auch immer, das machen sie sehr gut. Das ist sehr schöne Bemühung. Sehr intelligent, sehr rührend, sehr offen, sehr beherzt. Schön. Sie müssen nur diese Tendenz zu dem engen Vibrato, da müssen sie aufpassen, da müssen sie einhaken. Ich weiß nicht, woher es kommt. Haben Sie schon zu schwere Sachen gesungen? Nein, es ist einfach gerade etwas, woran ich arbeite. Ist das von Natur aus auch da gewesen? Ich glaube, es ist ein bisschen von Natur aus. Ich versuche gerade, das ein bisschen wegzubekommen. Also das müssen sie wegkriegen. Mit ganz gezielten Übungen, indem man eben, wie gesagt, den Ton weich zu sich hebt und führt und ihn gerade lässt und auf ein Vibrato wartet, was sich nach einer gewissen Weile dann einstellt, wenn sie den Atem richtig versammeln. und keinerlei Druck und nichts, sondern Irgendwann fängt dann an, ein weiches Vibrato einzuschwingen. Immer Piano, Piano-Gefühl, nicht volle Stimme. Und das dann weich, wenn sie lauter werden wollen, nur durch Dehnung und weiches, nicht durch Druck, niemals durch Druck. Aber das ist eine längere, das ist ein längeres Kapitel. Aber da müssen Sie aufpassen, es wäre schade, es wäre schade drum. Mit 22, das muss erst weg, bevor Sie sich an alles andere heranwagen. Aber da machen wir morgen weiter, ja? Ich hätte noch eine Heiden-Arie. Ah ja, das ist hier diese große, ja, können wir auch machen. Ja, gerne. Hier habe ich, ja, das ist ja ein gewaltiges Geschehen, was da ist. Ja. Ein bisschen weniger Phrasen, ein bisschen mehr Äpfel. Ja gut, dann machen wir das. Okay. Gut, ich freue mich. Danke. Jetzt haben wir mal ein bisschen Pause. Sie Arma mal ein bisschen ausruhen. Danke. Vielen Dank. 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 ... So, wir fangen jetzt an. 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 So, wir fangen an. So, wir fangen jetzt 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 an. Ich habe noch nie gesehen, wie sie aussieht und was sie da in der Hand hat. Das ist schon der ganze... Andrea! Sieh dich in dem Spiegel! Sieh dich in dem Spiegel! Schau mal, wie ich aussehe! Und hier ist eine Kette, und hier ist ein Ring, und hier ist ein Armband! Das kann nicht schön und gesteigert genug sein. Also ein Juchzer! Nicht so zierlich! Und ich höre mal, wie das da hinführt. Dieses Leggero, Allegretto Leggero. Und wie das genau hinführt in diesen Jubel. Können wir nochmal anfangen? Ja, 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 ja! Die sinda, die sind in diesem bloss Aye, na nur ein Rikum. Die sinda, die sind dabei. Muss ich dich alle in den early R Lob dir driven. bestimmtね,rr. Rippo, 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 bitte. No, no, ce n'est plus toi. No, no, ce n'est plus ton visage. C'est la fille d'un roi. C'est la fille d'un roi. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Wir müssen das noch ein bisschen wichtiger nehmen, den d'un roi. D'un roi. Ja, dass das, de la fille d'un roi, d'un roi, dass das noch größer sich entwickelt. Ich bin die Tochter eines Königs, das ist die Tochter eines Königs. Aber nicht ich, die kleine Marguerite. Oh, c'est la fille d'un roi. Ja. C'est la fille d'un roi. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. C'est la fille d'un roi. Au salut, au passage. Oh, s'il était ici, s'il me voyait danser, comme une demoiselle, il me trouverait belle. Oh, s'il me voyait danser, comme une demoiselle, il me trouverait belle. Ja, danke. Was heißt Aschevou la Métachmophose? Aschevou heißt... Aschevou heißt... Aschevou? Volzil. Ja, Volzil, genau. Aha, verstehe. Und dann nimmt sie ein Stück nach dem anderen raus, oder was? Aschevou, Volzil, ja, verwandeln wir uns. Il me tarde encore d'essayer le bracelet et le collier. Ja, okay. Aschevou, normal? Aschevou la Métachmophose. Il me tarde encore d'essayer le bracelet et le collier. Dieu. Dieu, c'est comme une main. Est-ce que Dieu? Est-ce que Dieu? Est-ce que Dieu? Est-ce que Dieu, 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 Dieu. Ne, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, c'est comme une main qui sur nos bras se pose. Ans. Aïe. Je ris de me voir si belle dans ce miroir. Je ris de me voir si belle dans ce miroir. Est-ce toi, Margarita? Est-ce toi, réponds-moi? Réponds, réponds, réponds vite. Oh, s'il était ici, s'il me voyait ainsi Comme une goiselle, il me trouverait belle Comme une demoiselle, il me trouverait belle Comme une demoiselle, il me trouverait belle Comme une demoiselle, il me trouverait belle Ja, lass es klingen, lass es auf, gut, lass es auf Comme une demoiselle, nochmal, die letzte Comme une demoiselle, il me trouverait belle Comme une demoiselle, il me trouverait belle Malgré que ce n'est plus toi, ce n'est plus ton visage Nous, ce n'est plus ton visage Au passant, au passant Mal, einmal versuchen, ohne die Zähne zu zeigen Das ist nicht, au passant, au passant, die Spannung ist hier Und das bleibt alles locker C'est la fille d'un roi 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 Sondern die große Spannung im Nasen-Rachen-Raum Und das spüre ich, dieses Aufdehnen passiert Innen und hier Sehr schön, sehr schön, ausgezeichnet Dankeschön Haben Sie nicht was Schwereres? Na, das liegt Ihnen wunderbar, das ist sehr schön gearbeitet Prima Dankeschön Ganz toll Ich habe noch Porte d'Amour und Liebesfreude von Schumann Liebeslied, sorry, Liebeslied von Schumann Ja, das können wir doch mal machen Gerne Aha, und dann haben wir noch hier, Lustige Weiber, nicht? Die Arie der Anna von Fr. Nikolai Ja, wohl denn, gefasst ist der Entschluss, nun gilt es die Tag Genau Jetzt machen wir mal ein Lied Ja, gerne Ja, sehr schön Du, zu eröffnen, mein Herz verleiht mich Wollt ich von deinem Danach erleiht mich In meinem Sinne, wo denn, mein Freund, du Und so hat denn keiner und keine Feinde spruch Die Sonnenangewart mir ein Vorsatz Die Sonnenangewart mir ein Vorsatz Mein Liebe will ich nur zum Geschäft von seiner Rübe machen Ich denke, sei mir, mir blutet das Herz Kraft hat es keine, als ihr zu rüben So recht, im Stillen, was soll das werden Wie wir bleiben Und kann es nicht Und kann es nicht Wie wir bleiben Und kann es nicht Und kann es nicht Und kann es nicht Auch schön Auch schön, sehr schön Aber ich würde da auch wieder versuchen Versuchen So risikofreudig wie möglich zu sein Und mal das Tempo zu hinterfragen Wagen Zu wagen Das Tempo zu hinterfragen Da steht extra nicht zu rasch Aber mit leidenschaftlichem Ausdruck Okay Weiß ich nicht Ich weiß Das Tempo ist genau das, was man immer hört Das ist richtig Finde ich auch Ganz schön Aber wir müssen ganz klar diese Sätze gliedern Es heißt, dir zu eröffnen Mein Herz verlangt mich Hört dich von deinem Danach Hört dich von deinem Deinem Herzen Das möchte ich gerne Danach Verlangt mich Wie blickt so traurig die Welt mich an Also, dass wir das klar machen Dir zu eröffnen Mein Herz verlangt mich Auch da wieder Ist wahnsinnig wichtig Der Abschluss Der Phrase Das, was wir sagen Hört dich von deinem Hört dich von deinem Danach Verlangt mich Also, da haben wir wieder Ganz bewusst Zwei große Betonungen Und dieses Tempo Das ist natürlich wahnsinnig interessant Nicht zu rasch Was heißt das? Heißt eigentlich gar nichts, ne? Kraft habe ich keine Als ihn zu lieben So recht im Stillen Da ist ein Semikolon So recht im Stillen Was soll das werden? Ja Was soll das werden? Jetzt machen wir nochmal Und versuchen nochmal Ganz bewusst uns zu machen Was sagen wir aus? Mhm Dass es nicht so wegrauscht Sondern auch so durch das Tempo gefördert Ein Wegrauschen Sondern dass wir uns ganz klar machen Was wir aussagen Ja Mach das Herz offener Mein Herz verlangt mich Mein Herz 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 Ja, ganz großes, offenes Herz Das ist ein furchtbares Wort im Deutschen Herz und Schmerz Das müssen wir so oft singen Ja Und es ist so schwer Das richtig Diese richtige Dosierung Von dem Herz Dir zu eröffnen Mein Herz Verlangt mich Und nochmal Dir zu eröffnen Mein Herz Verlangt mich Hört ich von deinem Danach Verlangt mich Ja Und immer, immer, immer Das Verlangt mich Dranbleiben Mit der Intensität Bei mich bleiben Verlangt mich Niemand sonst Mich verlangt Dass ich von dir höre Sehnsucht Hört ich von deinem Danach Verlangt mich Ich Nun antworte mir doch endlich Schreib mir doch mal Ja Ja Und nochmal Dir zu eröffnen Mein Herz Verlangt mich Ja Bleib ich von deinem Danach Verlangt mich Ja Ja Wie blickt so traurig die Welt mich an Weil ich nichts höre Von dir Das ist doch die Begründung Darum blickt die Welt mich so traurig an Weil ich nichts höre Weil der Postbote nie einen Brief bringt Ja Also ich würde da noch ruhig bleiben Und dann Legato So in meinen Sinnen wohnend mein Freund Nur in meinem Sinne wohnend mein Bemühen um Legato Wo immer es geht Auch beim Lied Ist das sehr oft der Fall Dass wir uns um ein richtiges Legato Gefühl bemühen müssen So Jetzt machen wir nochmal das Zwischenspiel von Wie blickt so traurig Und bleiben Ein bisschen beruhigt Im Leben so traurig die Welt mich an In meinem Sinne wohnend mein Freund nur Bleib mal Piano In meinem Sinne wohnend mein Freund nur Das ist doch Das ist ja auch mehr oder weniger wirklich ein Ich habe vorhin mal darüber gesprochen Dass es Lieder gibt die ein absoluter Dialog mit dem Publikum sind Und Lieder die wir ganz für uns singen Das ist eins Was wir ganz für uns singen Sie sind ganz bei sich und in sich Und mit ihren Gedanken allein Ja Ich würde dass wir in meinen Sinnen wohnend mein Freund nur Da ist kein Crescendo Das bleibt Piano Und dann kommt im Klavier nach nur Kommt erst oder mit dem nur Kommt so ein Forte Piano Aber das betrifft uns nicht Und Schumann schreibt Schreibt schon für die Gesangsstimme vor Die Dynamik Und meistens hatten die Recht Wenn man es vom Ausdruck her richtig macht Kommt man drauf, dass die Recht hatten Das ist ganz seltsam Das habe ich auch erst später begriffen Aber man kann es nicht früh genug begreifen Man will immer so viel machen, wenn man jung ist Aber das steht alles da im Grunde Also bleibt mal Piano In meinem Sinne wohnet mein Freund nur Und da lass ich auch niemanden anders ran Das sind meine tiefsten Gefühle Wie blickt Wie blickt Im Wind so traurig die Welt mich an In meinem Sinne wohnet mein Freund nur Und wenn Dann würde ich die Phrase auf den Freund vorbereiten Und nicht Betonungen Ja, okay Ein Takt voraus In meinem Sinne wohnet mein Freund nur und sonst keiner und keine feine Sprung. Wie Sonnenaufgang war mir ein Vorsatz. Wie Sonnenaufgang, Zeit nehmen, wie Sonnenaufgang war mir ein Vorsatz. Schön Zeit nehmen da, dass ich mitkriege, von was die Rede ist. Und sonst keiner, keiner, betont das keiner, und sonst keiner, das K, 25 Ks. Und sonst keiner, in meinem Sinne wohnet mein Freund nur. Nochmal, dieses Ziehen, dieses Ziehen und Sehnen. In meinem Sinne wohnet mein Freund nur und sonst keiner und keine feine Sprung. Sehr schön. Wie Sonnenaufgang war mir ein Vorsatz. Aufgang, auf, komm mal richtig zu U. Aufgang, Zeit nehmen, wie Sonnenaufgang. Das fällt ein bisschen unter den Tisch. Aufgang, Aufgang. Das Gang, das Gang ist auch wichtig. Den Takt. Die Sonnenaufgang war mir ein Vorsatz. Mein Lieber, ich nur zum Geschäft von seiner Rede mache. Ich denke seiner, mir blutet das Herz. Ja, 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 ja. Gedenke ich seiner, mir blutet das Herz. Das ist ein Komma, das muss man ganz, ganz, ganz deutlich machen. Okay. Ich denke seiner, mir blutet das Herz. Ja? Einmal bitte noch mein Leben. Warum sind die Pausen? Weil der Satz nicht vorgefertigt ist, sondern weil er ihr gerade der Gedanke und dieser Gedanke, ich will mein Leben nur von seiner Liebe erfüllt wissen. Das kommt, diese Feststellung ist ganz spontan. Mein Leben will ich nur zum Geschäft seiner Liebe machen. Sehr schön, sehr schön. Also die Pausen mit Gedanken füllen. Das ist so wichtig. Denn es geht was vor in den Pausen. Der hat die ja nicht geschrieben, weil der hätte ja ganz anders, das ist ja rhythmisch nicht zwingend, dass da eine Pause ist. Dass er hat gemeint, denken. Ich schreibe das hin. Denken. Will ich nur, da musst du Subtext, ja was denn? Zum Geschäft seiner Liebe machen. Jetzt hast du es. Jetzt weißt du. So, gleich nochmal. Das war sehr schön jetzt ausgedrückt. So, machen wir das nochmal. Mein Leben will ich nur zum Geschäft von seiner Liebe machen. Ich denke, sei denn, mir blutet das Herz. Kraft hab ich keine als ihr zu rühren. So recht. Wir bestellen, was soll das werden? Wie wir warmen. Und kann es nicht. Und kann es nicht. Wie wir warmen. Und kann es nicht. Und kann es nicht. Ja, zurückhaltend. Und kann es nicht. Trotzdem muss dieser, ich möchte so gerne und kann es nicht. Nicht traurig werden. Sondern, ja, schon ist sie traurig. Aber es ist nicht die Trauer eines Abschieds. Sondern es ist nur die Trauer einer Entfernung. Er ist nicht da. Glaube ich. Er hat nicht gesagt, ich komme nie wieder. Er antwortet einfach nicht. Er antwortet einfach nicht. Er ist unterwegs. Er ist weit weg. Und sie, nicht? Also, der hat nicht gesagt, ich verlasse dich und komme nie wieder. Sondern sie sehnt sich unendlich nach ihm. Da ist ja auch Liebeslied. Also, das ist keine beendete Liebe. Möchte ihn umarmen und kann es nicht. Will ihn umarmen und kann es nicht. Weil er nicht da ist. Also, nicht mit so einer Trauer belasten. Okay. Aber es ist sehr schön, was sie machen. Sehr schön. Klingt wunderbar. Machen wir noch einmal von Kraft habe ich keine. Als Kraft habe ich keine. Als ihn zu lieben. Ist das auch noch Konservatorium da drüben? Ja. Kraft habe ich keine, als ihn zu lieben. Kann gar nichts anderes mehr denken und tun. Kraft habe ich keine, als ihn zu lieben. So recht. Im Stimmen, was soll das werden? Ja, das finde ich schön. Jetzt haben wir agogisch ein Tempo erreicht, wo die Leidenschaftlichkeit von selber klar wird. Ich würde das wirklich den Anfang, eine Spur zurücknehmen, um ganz klar zu machen, die Gedanken dieses sehnsüchtigen Mädchens. Wenn Sie mal, haben Sie mal Mendelssohn, die Liebende schreibt, gesungen? Äh, nee, noch nicht. Ah, unbedingt. Okay. Eine Gruppe machen von solchen schönen Schumann-Liebesliedern, da gibt es ja noch mehr. Und Mendelssohn dazu kombinieren. Okay, ja, guck ich dich an. Toll. Die Liebende schreibt, ein Blick von deinem, ein Blick von deinem, ein Blick von deinem, in deine, in meine Auge, von Blick von deinem, ein Gruppen, es ist ganz toll, es ist ein ganz tolles Lied. Glaube, ja. Wunderschöne Phrasen, herrlich zu singen, herrliches Lied. Ganz toll. Sehr schön. Haben wir noch Zeit? Bis der Nächste kommt. Es ist immer so schnell alles vorbei. Ist gerade, hä? Machen wir noch ein bisschen. Können wir noch ein nächstes angehen? Ja, gerne. Hier ist noch ein Lied. Nee, das ist, ach, das ist, ah, Sie singen schon Gräfin? Ja. Das würde ich nicht machen. Würde Susanna singen. Habe ich auch. Ja, das, damit werden Sie nicht besetzt. Sie werden sofort, erst als Barbarina und dann als Susanna. Und in zehn Jahren dann als Gräfin. Ja, so ist es. Dann machen wir Arie, Anna. Okay. Wohl denn, das ist das, was auf Sie zukommt. Das müssen Sie machen. Obwohl diese Oper kaum mehr gespielt wird, leider. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Mal, mal wieder eine Spieloper, eine gute Deutsche. Ja, ich wünsche. Ja, ich wünsche. zu vollführen. Ah, wie in Träume ihr geschützt, du golde viel, die teue ja beschützern auch mich, und leue mir dein weißes Flügelkleid, um Licht und Leicht zum schönen Zählen zu schädeln. Ja, 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 gut, 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 beschütze denn auch mich, und leue mir dein weißes Flügelkleid. Mach's ein ganz klein bisschen ironisch. Okay. Nicht ganz, nicht so ganz, ein bisschen selbstironisch. Okay. Ich muss im weißen Flügelkleid, das ist sehr süß, da fühl ich mich wohl drin. Nimm's ganz persönlich, mach's nicht sentimental, oder, ich würde es mit Humor machen. Okay. O holde Fee Titania, beschütze denn auch mich, und leie mir dein weißes Flügelkleid, und Licht und Leicht. Versuch mal, ein bisschen Humor mit reinbringen, von Anfang an. Wohl denn, gefasst ist der Entschluss, nun gilt's die Tat besonnen zu vollführen. Mhm. Aktiv, aktiv, mit Humor und Witz. Blum, 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 blum. Was denn, gefasst ist der Entschluss? Gefasst ist der Entschluss, gefasst ist der Entschluss. Das wär nicht gefasst ist der Entschluss. Ba, da, 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 ja. Gefasst ist der Entschluss. Nun gilt's die Tat, besonnen zu vollführen. Besonnen ist wichtig. Nun gilt's die Tat, besonnen zu vollführen. Tat, besonnen zu vollführen. Okay. Nun gilt's... Nun gilt's die Tat, besonnen zu vollführen. Ja. Und als erstes... Du, die treue Liebe schätzt, O holde, fitte Dahlia, Schützerin, auch mich, Und neue wird ein weißes Flügekleid Um Licht und Leicht Zum schönen Seele zu schweben Und jetzt mal bitte ohne Zähne. Ich schwebe... Ich brauche nicht einen einzigen... Ihr habt alle wunderschöne Zähne, Ich will sie aber nicht dauernd sehen. Um Licht und Leicht... Um Licht und Leicht... Um Licht und Leicht... Nicht eine grüne Hülle soll mich bergen, Auch eine purpurrote nicht... Ja, auch überlegen, auch überlegen... Nicht eine grüne Hülle soll mich bergen, Auch eine purpurrote nicht... Die hat das ja auch nicht vorgefertigt. Okay. Überleg mal, Hätte ja auch blau sein können. Oder gelb. Nicht eine grüne möchte sie aber nicht. Und purpurrot auch nicht. Okay. Auch blau nicht und nicht rosa. Nein, der Schleier weiß Und auch der weiß und auch der Kranz Und seine Lilien durch die Locken schlingelt. Die weiß, was sie will. Die weiß, was sie... Nicht eine grüne Hülle soll mich bergen, Und was noch? Auch eine purpurrote nicht... Sehr gut. Nein, weiß sein mein Gewand, Der Schleier weiß... Und auch der Kranz Der seine Lilien Durch die Locken schlingelt. Ja, ihr seid aber jetzt schon im Adagio. Ist aber noch keins. Ist nur ein Dolche. Okay. Ist kein Adagio. Der Schleier weiß Und auch der Kranz, Der seine Lilien durch die Locken schlingelt. Und jetzt kommt erst Adagio. Wie sollen wir sonst in ein... Wie kommen wir jetzt in ein Adagio, Wenn wir vorher schon so langsam sind? Na, machen wir noch mal. Nicht, das ist sehr schön. Eine grüne Hülle. Nein, keine grüne Hülle. Will ich nicht. Auch keine purpur. Ich will weiß. Und der Schleier ist weiß Und der Kranz ist weiß Und die Lilien sind weiß. Nicht eine grüne Hülle soll mich bergen Auch einer purpurroten Licht Schraubkleid ist weiß Nein, weiß sei mein Gewand Der Schleier weiß Und auch der Kranz Der seine Lilien Durch die Locken schlingelt. So schläf ich dir Geliebter zu Ja, auch. Stell dir vor, Das ist doch ein schönes Bild. Nicht? Das ist... Du musst auch... Du hast doch sehr viel Intelligenz Und jetzt benutze genauso viel Fantasie. Du musst, wenn du sagst Nicht eine grüne Hülle Da musst du genau dir vorstellen Wie du in einem grünen Kleid aussehen würdest. Unmöglich. Purpurrot kommt doch überhaupt nicht in Frage. Ein Brautkleid ist weiß. Der Schleier ist weiß Der Kranz ist weiß Und jetzt was So schweb ich kann schweben Das Glück macht dich schweben Der weiße Kranz, der weiße Schleier Alles schwebt So schweb ich dir Geliebter zu Das ist doch toll Ja Stell dir vor, wie es ist zu schweben Ja So schweb ich dir Ist auch nicht traurig Ja So schweb ich dir Geliebter zu So schweb ich dir Geliebter zu So schweb ich dir Geliebter zu Ja, da musst du denken, und wehe nicht, so schwörest du dich auf mich auf ewig ein und ich mich auch auf dich. Wehe nicht, mit kleinen Augenzwinkern. Ja, nochmal, so nah ist du und schwörest dich auf ewig mein. So leist du und schwörest dich auf ewig mein und ich mich dein, ganz dein. Du brauchst deine Zähne nicht, ganz, ganz dein. Gar, gar, gar. Direkt. Gar, 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 gar. Gar, gar, gar. Tief in dem hohen, dunklen Wald winkt unser schwiegen Aufenthalt. Das musst du nicht atmen nach Wald. Also vor Dunkeln. Das ist, genau. Okay. Das ist, immer sind so kleine Herausforderungen, Atemherausforderungen, die müssen wir versuchen, uns klar zu machen und denen zu stellen. Das geht manchmal nicht von einer Minute zu anders, muss man einfach trainieren, aber es ist nicht schön, nach Wald zu atmen. Okay. Und schön pianissimo und piano bleiben im dunklen Wald, dann geht das. Also, noch einen Takt vor tief. Tief in dem hohen, dunklen Wald winkt unser schwiegen Aufenthalt. Das geht dann ganz einfach. Gleich der Takt. Nein, zwei, damit sie sich vorbereiten kann. Ja, bam, 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 bam. Tief in dem hohen, dunklen Wald winkt unser schwiegen Aufenthalt. Es leuchtet um uns das Bundessee der Helle auf stillem Bad zur heiligen Waldkapelle und bin zu dein Geliebter Wein. Und wenn ich wohl auf Flüssling dein schmurecht Verzeihung auf die Wand und segnet unser Band und segnet. Ja, ich weiß. Sie müssen merken, dass das andere bequemer und entspannter ist. Ja, es ist noch eine Stütze. Ja, aber es ist nicht nötig. Die Stütze kommt vom Atem und kommt von der Position und von der Innenspannung und nicht von der Außenspannung. Ja, leider muss man nach der Hand wohl atmen. So reicht Verzeihung uns auch, die Hand und segnet unser Band und segnet unser Band. Das müssen, aber jetzt atmen Sie. Bitte, ich will nur noch mal, es ist ja gleich vorbei. Haben wir schon den Nächsten? Ja, schon längst, ne? Also wir machen nur noch mal, dann gehen wir morgen dann ins Allegro Vivace. Wir gehen jetzt nur bis zum Ende dieser Geschichte, ja? Mach, fang noch mal an und bin ich unauflöslich dein. Und bin ich wohl aufs Herzlichlein. Schon reicht Verzeihung auch die Hand und segnet unser Band. Gleich noch mal. Und denken Sie nicht und sie, und sie, von unten, wo Sie anfangen, schon diese Lockerheit des Ansatzes bringen. Und sie, und so geht es weiter mit Unterstützung von Becken und Atem. Und sie, und sie, und sie. Gleich von Anfang. Und sie. Da brauch ich nicht so weit oben aufzumachen, gleich unten öffnen. Und sie. Und sie. 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 Ja. Und sie. Und noch eine Kleinigkeit. Nicht mach, und sie. Dann geben sie weg. In die Richtung denken. Nicht durchschieben, die Phrase. Noch einmal, aber das war jetzt schön. Nur das Schieben weglassen, sondern in die andere Richtung denken. Bravo. Und segnet du, und segnet du, und segnet du, und segnet du unser Band. Ja, oder segnet unsere Hand oder was immer. Unser Band. Und segnet du, und segnet du. Oh, immer sich klar machen, dass wir den Atem brauchen. Wir können ihn nicht wegschenken und weglassen. Wir halten ihn in uns, weil wir müssen mit ihm arbeiten. Und unterbrochen. Und einatmen und ausatmen können wir erst danach, nach Band. Da haben wir plötzlich wieder ein paar Takte Zeit. Aber sehr schön. Prima. Super, danke schön. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist die Lena-Maria Zeitzel. Marie, genau. Und wie alt ist sie? Ich bin 25. Bitte schön. Okay. Danke. Ich werde doch mit der Charlotte anfangen. Und womit fangen wir an? Mit der Charlotte. Gut. Wenn Sie das Pult nicht brauchen, stellen Sie es weg. Und das immer, wir achten hier nur auf Abstand. Ja. Einfach so singen. Ja. 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 Musik 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 Ja, wunderbar, sehr gut. Nur klar machen, sie sagt nichts anderes zu ihrer Schwester, lass mich bitte mal weinen, ab und zu muss man weinen. Tut gut, wenn man weint, sich mal durch Weinen befreit. Würde die Schwester nicht, obwohl da ein Forte steht, so massiv an, also wah, du verstehst das noch nicht. Ich würde es nicht so, ich würde es versuchen, mich und dadurch auch die Schwester, die sich Sorgen macht, weil sie sie weinend vorfindet, mich und die Schwester zu beruhigen. Ja, und zu sagen, elles font du bien, ma chérie, das muss mal sein, die Tränen, die man weint, unsere Seele muss sich dadurch beruhigen und befreien. Das ist nicht schlimm. Und die zweite Sache ist, wenn sie den Satz, et de leur patiente, gute Martele le cœur, erst nach Chör atmen und durchziehen, lässt sich leichter singen. Sie machen das wunderbar, sie haben keine Schwierigkeiten, aber es ist ein reiner Passaggio-Aufstieg und es lässt sich schöner phrasieren, wenn man da die Atemzeichen, muss man nicht bedenken, die sind nicht von Masné. Okay, ich habe es noch nie ausgedrückt, jetzt müsste ich mal... Versuchen Sie es mal, ja, versuchen Sie es mal, es geht ganz einfach. Also ich würde sagen, ganz so, das ist das Stichwort, so einfach wie möglich, wollen Sie nicht zu viel damit. Okay. Ja, sondern ganz einfach eine Befreiung durch Tränen und das versuchen Sie der Sophie so einfach und klar und liebevoll und ruhig zu erklären. Die kommt rein und dann, was hast du denn? Und dann sagst du... Ja, würde ich noch mal... Ganz ruhig, ganz weich, nicht, kein Energieüberschuss. Das Saxophon. Und machen Sie ruhig die Pause nach dem Wa ein bisschen größer. Vergessen Sie das, das ist eine sechzehntel Pause. Ist das eine sechzehntel? Ne, eine Achtel, ne? Ne, eine Achtel. Aber, ja, also, das ist Ihre Pause. Sie sind frei in dem Takt. Ja, also, das ist eine sechzehntel? Das ist eine sechzehntel? Ja, also, das ist eine sechzehntel? Ja, also, das ist eine sechzehntel? Ja, und nochmal hinterfragen die erste Phrase. Warum machen Sie, ist auch nicht nötig. Noch einfacher. Ich würde es noch einfacher. Das Weinen kommt von innen. Setzen Sie nichts auf vom Weinen. Ich würde das innerlich empfinden. Ich würde es gar nicht machen. Probier mal aus, wie es geht ohne. Immer die Ös am Schluss. Pass auf, Cherie, Cherie. Die Es und am Schluss, wenn Sie keinen Akzent haben, dann immer Ö. Fragt die französische Kollegin, die weiß es doch. Ja, und da kommt noch ein Wort, was so schwer ist für uns Deutsche, das Pui. Es heißt nicht Pui, sondern Pui. Pui, Pui. Ja, man sagt Ui, Pui. Ganz klein, ganz gerafft. Pui. Pui. Ja. Pui. Also hier, Elephant du bien, ma chérie. Ganz weich, ganz locker. Sofie. Sofie. Schönes Legato, absolutes Legato. Die Punktierungen sind wichtig. Ja, das brauchen die Franzosen, da sind sie sehr scharf drauf. Da, bam, baba, baba, das wollen sie immer haben. Die kann man nicht genug bedenken. Aber sonst ein sehr weiches Pianissimo Piano. Im Orchester ist Pianissimo, drei P. Pianissimo und wir haben Pianissimo. Pianissimo und wir haben Pianissimo. Pianissimo und wir haben Pianissimo. Das zieht so schön durch. Aber Sie müssen das genau einkalkulieren, nachdem Sie Toute gesungen haben. So richtig so durchbügeln. Wir fangen nochmal an, les larmes. Wir fangen nochmal an, les larmes. So richtig so durchbügeln, nachdem Sie Toute gesungen haben. Und gleich nochmal, dass das Chör Kraft behält. War aber ein schöner Versuch. Kommt nur darauf an, wie intensiv Sie in den beiden, in der Pausenmöglichkeit von Takt zu Takt einatmen. Und wie schön Sie den Atem verteilen und versammeln. Wir haben absolut Zeit. Und am Anfang kommt mir immer vor, als wollen Sie ein bisschen vorandenken. Sie müssen dann, wenn ihr schon das Tempo, es steht extra da, très rallement, also sehr langsam, da müsst ihr dann, dürfen Sie nicht, les larmes, lassen sich für das larme auch die Zeit. Nicht zu früh kommen mit dem larme auch die Zeit. Sehr schön. ... 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 Ich mache mal zwei Ü-Pünktchen über das U, ja? Ich glaube, der Gedanke ist da, aber ich möchte nicht. Es ist auch mit einer der schwersten Aussprachen, dieses Püse, 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 Püse. Püse, 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 Püse Können Sie es mir mal Piano schenken? Ich möchte nur mal genau... Das ist genau einhängen und nicht gleich groß machen, sondern ganz weich einhängen. Er ist zu groß, nein, er ist zu groß. Er ist zu groß, er ist zu groß. Ganz schön und jetzt mal ganz bewusst dieses inhalare Gefühl, dieses zu sich holen. Ich habe mir immer so einen Katapult vorgestellt und das ziehe ich ganz weich zu mir. Und dann schiebe ich das nicht raus, sondern ich halte es hier, zack, dann geht das von alleine. Ja, er ist zu groß, er ist zu groß. Er ist zu groß, er ist zu groß. Auf, langsam. Er ist zu groß, er ist zu groß. Premier mouvement. Tule Brise, Brise. Also fragil ist das Hauptwort für die ganze Arie. Fragil. Wer sagt et trop fragil? Tule Brise, das fragil. Das ist sensibel und fragil ist die ganze Arie. Nirgendwo ein Kraftüberschuss. Sondern das ist alles relativ. Diese französischen Fortes sind keine italienischen oder deutschen Fortes. Also ganz besonders hier. Das ist ein ganz anderer Stil. Und das lebt innerhalb des Wortes, innerhalb dieses Ich kann ein klitzekleines Crescendo, Dekrescendo, das ist ein, das kann man, das ist nicht Nicht so ein Rausschweiner. Sondern das ist so. Wieder aus der tiefsten, innersten Bewegung des Weinens, des Schluchzens, des unterdrückten Weinens. Sie unterdrückt es ja, wenn die Schwester kommt. Also dann nicht, weil, also ich habe das jetzt öfter so, wenn man über die Arie gesprochen hat, das als so diesen einzigen Ausbruch, den Charlotte halt hat, weil sie ist ja sonst das gute, brave Mädchen, das alles macht, wie es gesagt ist. Also es ist sogar in der Arie, dass sie trotzdem noch irgendwie nicht das rauslassen kann. Ja, das ist Auffassungssache, nicht? Also es, ja. Wie man das empfindet, aber ich sehe, ich sehe Piano, Pianissimo, Pianimé und immer wieder Piano. Ich sehe pausenlos Piano und Pianissimo bei uns. Das einzige Forte ist dieses Wa und das ist relativ. Und sonst ist alles Piano vorgeschrieben. Ja. Ein kleines Crescendo auf diesem Passiente, gute Marte, le coeur triste là. Da steht sofort wieder Diminuendo. Dann steht ein Mezzo-Farte. Forte sa resistance. Aber sonst steht immer Piano, Pianissimo und Diminuendo. Das ist kein Ausbruch. Der Ausbruch ist später. Da ist irgendwo, viel später kommt ein großer Ausbruch von ihr. Ja. Aber wir machen es gleich nochmal, ja? Wollen wir es nochmal machen? Und diese Einfachheit und Ehrlichkeit und die Schwester und sich selbst beruhigen. Ja. 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 Die Odenote, Mardelle, Lecker, Triste, Lama Salve, Distose, Offa, Seppuise L'Homme, Lecker, Scrisse, Offa, Seppuise Il Troupera L'Arte d'Amen Il Troupera Gilles, Tulle, Brise Tulle, Brise Finden Sie mal raus, finden Sie mal die Zwischentöne raus Es gibt ganz viele Zwischentöne Zum Beispiel bei dem WAH Können Sie mit dem WAH mal von etwas weiter her kommen Dass es aufsteigt, dass es nicht so präsent ist Dass es nicht WAH Mit einem Vorlauf, mit einem inneren Vorlauf, der sich durch den Atem bemerkbar macht Wir haben immer dieses große Saxophon-Thema vorher Das ist WAH Das ist WAH Das ist WAH Ja, und noch länger halten den Aufbau Ja, und noch länger halten den Aufbau Ja, und noch länger halten den Aufbau Ja, das ist schön Dass ich noch so was zurückhalte Dass ich nicht alles sofort verschenke, verpulvere Verschenken tue ich ja sowieso ununterbrochen Ich aber nicht verpulvern Ja Nicht mit, nicht Also gerade hier bei diesem gebrochenen, zerbrochenen Darum ist es auch eigentlich so schön, wenn man die Szene weitermacht Das Zwiegespräch mit Sophie Wie sie langsam aus dieser Stimmung sich versucht mehr und mehr herauszuarbeiten Das ist so toll Kennen Sie den Anschluss? Das müssen Sie sich mal anhören Wie Sophie und Charlotte dann miteinander umgehen Das ist so rührend und so sensibel und so schön Ja, also sie bemüht sich wirklich Ja Aber sie kann nicht, wenn die weg ist, dann bricht sie nochmal zusammen Also das war jetzt sehr schöner Versuch mit dem WAH Das meine ich, so machen wir es nochmal War schön, war ein sehr schöner Ton Und noch ein bisschen länger Ja Das ist so Ja 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 Die Pause, ruhig Mut haben, die Pause für sich, wie Sie sie brauchen, wie Ihr Gefühl sie braucht. Das kleine Häkchen sagt uns gar nichts. Das, was Sie daraus machen, aus dieser Pause, das ist die Pause, die wir da brauchen. Einmal noch und dann erlöse ich Sie von dieser Arie. Das war sehr schön. Einmal noch. Es ist ja eigentlich keine Arie. Es ist ja gar keine Momentaufnahme. Es ist ja gar nicht so, wie Sie das machen. Es ist ja gar nicht so, wie Sie das machen. Mein Amor. Es ist ja gar nicht so, wie Sie das machen. Es ist ja gar nicht so, wie Sie das machen. Es ist ja gar nicht so, wie Sie das machen. Es ist ja gar nicht so, wie Sie das machen. Sehr schön. Diese Sensibilitäten, das ist zwei Seiten, das ist ja nichts. Das ist ein kleiner Moment, aber ein sehr starker und höchst sensibler. das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Nicht sich zu viel vornehmen. Ein Schritt zurück in der Ausdeutung. Schön. Sehr schön. Danke. So. Haben wir noch Zeit? Ne, jetzt kommt schon der nächste. aber haben sie noch ein kurzes lied warum singt ihr denn bloß immer von ewiger liebe der hat so viel schauen sich doch mir zuliebe mal von brahms alle daumer lieder an da gibt es ein paar lange und ein paar wunderschöne sehr kurze und die werden so selten gesungen die daumer lieder das hier das ist eines der schönsten lieder aber immer nur von ewiger liebe ich kann das auch nicht mehr hören daumer lieder gucken sich da mal an aber wir können natürlich von ewiger liebe schnell einmal durchmachen und dann arbeiten wir morgen dran jetzt sind sie so schön eingesungen auf was sie lust haben mir ist das egal was anderes machen nee was denn ich habe noch die federik aria gut ich bin der welt abhanden gekommen ist genauso nein jetzt machen wir von ewiger liebe das ist leichter als ich bin der welt abhanden gekommen aber wenn es jeder kennt auch nicht unbedingt leichter wenn es jeder immer singt da weiß sie hat jeder so ein bestimmtes vorstellen das muss er wieder arbeiten das ist leichter als ich bin der welt abends schon ist es nun schreiegt die welt Er wendt noch Licht und er wendt noch Rauch, ja, und die Lerche sie schneidet nun auch. Kommt aus dem Dorne der Bursche heraus, gebt das Geleit der Geliebten nach Haus. Führt sie am Heiden die Bösche vorbei, redet so viel und so manchen leid. Leidest du Schmach und betrübest du mich, leidest du Schmach voneinander um mich. Wer wird in Eben getrennt so geschwind, schnell wie wir früher vereinigend sind. Scheide mit Regen und scheide mit Wind, schnell wie wir früher vereinigend sind. Spricht das Mägdelein, Mägdelein sprich. Unsere Liebe, sie trennet sich nicht. Fest ist der Stall und das heuchender Sehr. Unsere Liebe ist fester noch mehr. Eisen und Stahl Eisen und Stahl Bravo, bravo beiden, großartig Okay, sehr schön Können wir morgen ein bisschen was dran tun Aber es war sehr schön gesungen Sehr schön gestaltet, sehr schön gesungen Wenn Sie wollen, können wir morgen Oder wir machen was anderes, schauen wir mal Sehr gut Gut, sehr schön, danke Freude Ja, ja, es ist ein tolles Lied, klar Wenn man es so singt, als singt man es zum ersten Mal, dann ist es schön Ja, sehr schön Nicht vergessen Ihre Not Ach, soll ich, oder Können wir die hier liegen lassen? Ich kann sie Aber nehmen Sie sie lieber Das brauche ich erst morgen So Jetzt kommt Johann John Lee John steht hier Johann John Lee Wie alt ist Johann John Lee? Hallo Hallo Wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt 30 Ohne Ich bin 30 Jahre alt Und ich bin 30 Jahre alt In quell'accio io cadeo. Perfidi, io voglio, io voglio di tal modo punirmi. A piacermio la sentenza sarà. Ma se io pagasse la vecchia pretendente, pagarla in quale maniera? E poi Vintonio, che è un incognito figo, ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando la ricoglia di questo menteccato. Tutto giova un raggino. Il colpo è fatto. Vedrò mentiro, sospiro, felice è un servo mio. E un ben che in bandesio, e il posseder dovrà. Vedrò per mani d'amore. Unita un ville oggetto, in me desto un affetto. Che per me poi non ha. 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 Vedrò, 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 vedrò. Anvo, mi lasciarti in pace, non vo' questo contento. Tu non nasciesti audace. Tu non nasciesti audace. Per dare a me tormento. E forse ancora per ridere. Per ridere di mia infelicità. C'è la speranza sola. C'è la ventette mie. Quest'anima consola. E giubilarmi fa. E giubilarmi fa. E giubilarmi fa. E giubilarmi fa. Oh, per lasciarti in pace. Non vo' questo contento. Tu non nasciesti audace. Per dare a me tormento. E forse ancora per ridere. Per ridere di mia infelicità. C'è la speranza sola. E le ventette mie. Quest'anima consola. E giubilarmi fa. E giubilarmi. E giubilarmi fa. E giubilarmi fa. E giubilarmi fa. Prima, toll, sehr gut, exzellent, sehr schön. Wir gehen einfach nur, ich will nur mal zwei, drei kleine Sachen noch mal hinterfragen und eine Anregung geben, aber ich fand das sehr gut. Können wir mal einsteigen, bitte, bei Takt 77? Das ist A, que lascharte in pace, non vo questo contento. Hier ist A, oder? Ja, ist A, A. A, que lascharte in pace, non vo questo contento, tu non aschesti autace. Ja, pass auf, ein bisschen, die Höhe läuft von alleine, ja, das ist sehr schön, das ist alles sehr gut gesetzt und prima gearbeitet. Jetzt würde ich mich ein bisschen mehr auf die Tiefe, da ist schon wieder ein Mikro ab, oder geht's? Mikrofon, klebt's noch? Ich würde mich jetzt mal auf die Tiefe konzentrieren. Dieses, tu non aschesti autace, können wir da noch mal einsteigen? Tu? Nur technisch denken jetzt. Tu non aschesti autace, tu non aschesti autace, tu non asche, natche. Können Sie das Che mal ganz nach oben holen und nicht tu non asche, nicht nach unten denken, nach oben. Ja. Tu non aschesti autace, nur die drei, die vier Noten. Tu non aschesti autace. Versuchen Sie mal, das I aus den Backenzähnen zu holen. Tu non aschesti autace. Na, das ist, das weiß ich, dass das kommt. Ich will nur, tu non aschesti autace. Tu non aschesti autace. Denken Sie nicht runter, denken Sie rauf. Tu non aschesti autace. Backenknochen, backenknochen. Au, au. So ein inneres Naserümpfen. Au, au. Tu non aschesti autace. Ja, ja, nicht autace, brauch ich nicht mehr. Das ist ein guter Weg. Ja, ja. Ja, ja. Alles von hier, alles von da. Und nochmal. Und von hier springt es, nehmt sich ein bisschen von hier mit, wie der Italiener sagt, und springt genau dahin. Das sind drei Anklopfer. Sehr gut. Also da würde ich mal ein bisschen dran arbeiten und nicht das immer unter den Tisch fallen lassen, weil das alles andere schon so gut geht, ja. Aber machen wir das jetzt im Zusammenhang und fangen bitte mal etwas früher an. Ja, la speranza sola. Das ist Takt 67. Ja, la speranza sola delle vendette mie. Und da bemühen sich auch mal ein ganz klein bisschen mehr Legato-Gefühle. Das ist nicht alles. Ja, la speranza sola. 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 Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Eich einhängen und nicht rausbollern. Nochmal. In der Linie lassen, ja? Ja. Legato, legato. 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 Pass auf, dass es nicht zu viel Luft abgeht. Das nicht so viel Luft abgeben dazwischen, nicht? Keine Haareinschübe machen. Okay. Ja, schön das Haar weglassen. Dann machen wir nochmal. E jubilar, mi fa, e jubilar, e jubilar. Ja. E jubilar, mi fa, e jubilar, e jubilar mi fa. Ja, das ist schön. Versuchen Sie das Ä noch ein bisschen mehr an dem Raum von dem Fa. Das ist nicht Fa, äh, jubila, Fa, äh, jubila, a, äh, a, äh, a, äh, dass das nicht zu massiv da wird, ja? Mi Fa, na, dann machen wir noch mal die schöne, schwere Phrase, auf die immer jeder erwartet. Äh, jubila, mi fa, äh, jubila, mi fa, äh, jubila, mi fa, ist besser. Das ist auf jeden Fall gesünder für Ihre Kehle, wenn Sie denselben Raum benutzen für das Ä, den Sie sich mit dem Fa erarbeitet haben. Und nicht noch mal Fa, äh, noch was Neues, sondern Fa, äh, die Kraft kommt sowieso von hier und nicht von hier, ne? Ja. Sehr schön. Was schwereres? Äh, das ist ja, das können Sie ja im Schlaf. Da brauchen Sie mich nicht dazu. Das ist, äh, ich persönlich finde, wenn man den Anfang macht, dieses Majestoso, dass, äh, dass man, ich würde den mehr aus dem totalen Erstaunen kommen lassen und nicht gleich aus der Wut. Der kann das gar nicht fassen. Äh, ja, vinta la causa. Der kann die Worte gar nicht finden. Was habe ich da gerade gehört? Äh, ja, vinta la causa. Cosa sento. Und das, das steigert sich langsam. Der denkt langsam, der Graf. Das ist nicht der hellste. Der ist geht der, da, ja, papapapapapap, kapapapap, marseipagasse, la vecchia pretendente. Pagarla, question marken, überall Fragezeichen. Pagarla. Un recalmangero. Ich würde das etwas ruhiger angehen lassen und die Wut steigert sich erst. Wenn man das schon gleich am Anfang so überexplosiv macht. Und ich finde, dass der Graf ein bisschen retardet ist. Aija Vintalakao sagt. Aija Vintalakao. Was haben die gesagt? Wollen wir das noch mal machen? Das ein bisschen auseinandernehmen, nur dieses kleine Akcompagnato da. Aija Vintalakao. Aija Vintalakao. Cosa sento. Cosa sento. Habe ich richtig gehört? Cosa sento. Cosa sento. Iguala cho io cadea. Helfi, io voglio. Ja, was denn, was denn, was denn, was will er denn? Io voglio, io voglio di tal modo, io voglio, io voglio, io voglio, io voglio, ich weiß ja noch gar nicht, was ich will. Jetzt fängt er an zu denken. Langsam fällt der Groschen. Ja, ist ein Fragezeichen. Was musst du nicht machen, das mache jetzt ich, um zu zeigen. Ja, wie will der denn bezahlen? In welch maniere? Eh? Ja, das ist gut. Das ist dann alles gut, das ist alles wunderbar. Es geht mir immer nur um den Anfang. Ja, das ist alles wunderbar. Es geht mir immer nur um den Anfang, dass der gleich immer so losschreit, der Graf. Sondern das, der muss ja erst mal, der traut ja seinen Ohren nicht. Was hat, was hat, was? Das gibt's ja wohl nicht. Also das ist jetzt meine Idee. Aber das können Sie machen, wie Sie wollen, das machen Sie wunderbar. Und jetzt machen wir noch was. Heimliche Aufforderung und Strauß. Ja? Gut. Das ist Opus 27, ja. Aufhebe die funkende Schwallenpurs Mut Und rieke bei Freude, male dein Herz gesund Und wenn du sie hiffst, so winken ihr heimlich zu Dann lächle ich Und dann trinke ich still wie du Und still gleich mir betrachte Und muss, dass hier der trunkelte Schwetzer Verachte sie nicht zu sehr Nein! Hebe die blinkende Schalle Gefitt mit Wein Und lass beim Lernende Male sie glücklich sein Doch hast du das Mal genossen Und du's gestillt Dann verlassen, ihr lauten Genossen Festfreudiges Bild Und wandeln hinaus in den Garten Zum Rosenstrauch Dort will ich dich dann erwarten Nach altem Rauch Und will an die Brust dir sinken Wie du's gehofft Und deine Küße trinken Wie immer ist Gott Und flechten in deine Haare Die Rose pracht O komm Du wunderbare Ersinnte Nacht O komm Du wunderbare Ersinnte Nacht Sehr schön! Prima! Ja Ja Gar nichts zu sagen Ein bisschen Manchmal Aber das Finde ich auch nicht schlimm Erstmal gehen wir zu dem Zu dem schwersten Satz Und zwar müssten wir Und still gleich mir betrachte um uns Das Heer der trunkenen Schwätzer In einem Atem kriegen Achso, okay Da dürften wir Da gibt's nirgendwo eigentlich Und still gleich mir Betrachte um uns Das Heer der trunkenen Schwätzer Müsste man durchkriegen Ohne Atem So schwer es auch sein mag Natürlich gibt's einen Notatem nach mir Oder nach uns Aber der Ehrgeiz sollte sein Das mal durchzuziehen Wollen wir das mal probieren? Ich probiere Ja? Ja Und dann trinke ich still wie du Da nochmal Und dann trinke ich still wie du Und still gleich mir betrachte um uns Das Heer der trunkenen Schwätzer Wunderbar, wunderbar So ist es Ja Es ist nicht schwer Wenn man die Struktur der Phrase Ah ne, da ist ja vor dem und können wir ja sowieso Und still gleich mir betrachte um uns Wenn man wie das innerlich vorangeht Da die da 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 die da die da die da die da die da die Das treibt einen ja sowieso voran Ja Also machen wir's gleich nochmal Ja Das war sehr schön Nur zum fixieren Und dann trinke ich still wie du Und still gleich mir betrachte uns das Heer der dunklen Schwätzer Ja Verachte sie nicht zu sehr Nein Hebe die Das ist auch nur eine kleine sprachliche Sache Verachte sie nicht zu sehr Nicht sehr Zu sehr Ein geschlossenes E haben wir da Ja Verachte sie nicht zu sehr Nein Also einfach ein bisschen geschlossener und heller das E-Denken Ja Ja Nochmal Leicht hin Verachte sie steht extra da Leicht hin Verachte sie nicht zu sehr Nein Ja Da die da Verachte sie nicht zu sehr Nein Hebe die blinkende Schale gefüllt mit Wein Und lass bei mir Achtung, Achtung Gefüllt mit Wein Nein Ich wohne Gefüllt mit Wein Ich wohne Wein 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 Gefüllt mit Wein Direkt Nein Ja Nein Hebe die blinkende Schale gefüllt mit Wein Und lass beim Lärmen Und lass beim Lärmen dem Male sie glücklich sein Doch hast du das Mal genossen Genossen Doch hast du das Mal genossen Genossen Hebe in dem Fall Das ist eben immer anders Hier ist die Nachsilbe Das Genossen Die heben wir einfach ab Und heben sie in das O hinein Doch hast du das Mal genossen Genossen Nicht Nossen Nossen Ja Einfach in das O hinein gießen Doch hast du das Mal genossen Denn du hast gestillt Dann verlasse der lauten Genossen Festfreiges Bild Und fanglern hinaus in den Garten Auch ein bisschen lockerer Das ist nicht Und wandle Und wandle hinaus in den Garten Gawandle Wandle Garten Das ist nicht Wandle Und wandle hinaus Lockerer die Nachsilben Ja Die im Deutschen Fast immer Nicht immer Aber Sehr, 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 sehr oft auf Äh sind Die Nachvor- und Nachsilben In der deutschen Sprache Sind sehr oft auf Äh Wandle Garten Und wandle hinaus in den Garten Rosen Zum Rosenstrauch Dort wichtig Rosenstrauch Die Rosenstrauch Ja, mach mal Rosen Rosen Und genau da ist das A von Strauch Rosenstrauch Rosenstrauch Und genau Und jetzt noch ein bisschen Rosenstrauch Strauch Strauch Rosenstrauch Ja, also die Zeit würde ich mir mal nehmen, das auszubauen. Also das Strauch entsteht aus dem Sen Rosenstrauch 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 Und nochmal Ja Dann wandle hinaus in den Garten Und Und wandle hinaus in den Garten Und wandle hinaus in den Garten Zum Rosenstrauch Zum Rosenstrauch Und dort will ich die Stande erwarten Nach altem Brauch Und will an die Brust dir sinken Auch da, sinken, hebe das Kenn so hoch du kannst, über das I, sinken, nicht sinken, raufheben. Und will an die Brust dir, und will an, und will, und will, einen luftigen, weichen Einsatz. Und will an die Brust dir sinken, nie tust gehofft, und deine Küsse trinken, wie immer ist oft. Und flechten in deine Haare, die Rose pracht, und flächten in deine Haare. Mach etwas nicht zu, und flechten in deine Haare, und flechten in deine Haare. Mach es mal bequemer von der Sprache her, und flechten in deine Haare. Und flechten in deine Haare, und flechten in deine Haare, die Rose pracht. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, und ganz bewusst, der Rose pracht, das A sitzt genau beim Rose pracht, genau da sitzt das A. Sehr schön, aber bewusst machen, nicht unbewusst, erst mal bewusst. Unbewusst ist es dann, wenn wir es können. Und flechten in deine Haare, das war sehr schön jetzt, diese Schlankheit und Entspanntheit. Und flechten in deine Haare, die Rose pracht. Mach es. Nein, nein, war richtig, ich höre nur. Und flechten in deine Haare, die Rose pracht. Nicht so eilen, nicht so eilen. Ich will das auch noch, dass es ersehnte Nacht nicht, ersehnte. Du wunderbare, ersehnte Nacht. Ja, da ist wirklich jeder Ton wichtig. So, nicht zu schnell werden da. Ja. Oh komm, du wunderbare. Nochmal das da. Oh komm. Oh komm, du wunderbare. Ersehnte Nacht. Oh komm, du wunderbare. Ersehnte Nacht. Sehr schön. Die Zeit und diesen bewussten Einsatz, den mag ich gerne, ja. Nicht sich wegtragen lassen, das können wir uns später erlauben. Aber erstmal müssen wir die Disziplin haben, die Phrase zu überschauen. Und nicht uns leicht davon überwältigen zu lassen. Wir müssen die Überwältigung, wir müssen das Publikum überwältigen, aber nicht uns davon überwältigen lassen, ja. Das war jetzt sehr schön aufgebaut und geformt, ausgezeichnet. Das machen wir gleich nochmal so. Und zwar, fangen wir an. Und will an die Brust dir sinken, ehe du's gedacht. Ja, gehofft. Und will an die Brust dir sinken, ehe du's gehofft. Und deine Küsse trinken, wie immer ein Sohn und flechten in deine Haare die Rose Pracht. O komm, du wunderbare, ersinnte Nacht. O komm, du wunderbare, ersinnte Nacht. Und das A sitzt genau wieder auf dem Ä, umrundete. Oder ich streiche die Ä-Strichel weg. Das bedeutet für sie aber nichts, da sie kein Ä kennen. Er-Sinnte Nacht. Er-Sinnte Nacht. Haben Sie genau gemerkt, wie das ineinander geschmolzen ist? Die Mööle-Sinnte Nacht. Ja, auch das. Das ist der zweite Effekt, der dann passiert. Sehr, sehr schön, mein Lieber. Ausgezeichnet. Das hat mir sehr gut gefallen, was Sie machen. Wunderbar. Morgen machen wir mehr. Ja. Es ist so trocken hier. Danke. Gerne. Ich freue mich. Danke. Den Letzten beißen die Hunde. Jetzt kommt Paula. Ich freue mich. Lauter Ohrwürmer, nicht? Ja, ach Gott. Ach Gott. Das kommt jetzt, ja? Aber natürlich. Und wie alt sind Sie, Frau Meisinger? 27. Sehr gut. Genau das richtige Alter, um das richtig anzugehen. Da muss man zwei Jahre studieren, den Octavian, und dann kann man ihn vielleicht singen. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Wie du machst, wie du bist, Das weiß niemand, das ahnt keiner. Engel, nein, so dich bin ich, Dass ich der Einzige bin, Der weiß, wie du bist, Keiner ahnt es, Niemand weiß es, Und du, du. Was heißt das, was du und ich Hat denn das einen Sinn? Das sind Worte, bloße Worte, Nicht, du sag, aber dennoch, Es ist etwas in Ihnen, Ein Schwimbeln, ein Zehnen, Ein Zehnen und Drängen, Ein Schwachten und Brennen, Wie jetzt meine Hand zu deiner Hand kommt, Das zu dir wollen, Das nicht zu glauben, Das bin ich, Das nicht zu dir, Aber was mich ergibt, In dem Buch? Ich bin dein Buch, Aber wenn mir ein Hirn und See vergeht, Wo ist dann dein Buch? Prima, ja, ja, sehr gut. Pass auf, immer sich klar machen, wie alt der Oktavian ist. Wie alt ist der? 17 Jahre und zwei Monate. Ja, also diese, diese, diese ganz junge lyrische Einstellung, Gar nichts und das etwas ruhiger am Anfang und ganz lyrisch, Da ist nicht viel los im Orchester. Da muss man nicht, das wird eigentlich erst laut bei Engel, Nein, da ist der erste kleine Ausbruch. Vorher ist das alles ganz weich und fast ein Piano. Das ist schon auch eine Tempo-Frage, Wie man sich darauf einstellt. Jetzt machen wir noch mal den Anfang. Und ganz legato. Da, da, ja, ja, die, da, das weiß niemand. So ein wirklich lyrisches Dahinschmelzen. Das ist noch nicht sehr aktiv. Das ist so ein verträumtes Glücksgefühl, So ein Nachklang. Wie du wärst, wie du wärst. Wie du wärst. Wär schöner, wenn wir mit Bist von dem Wie kommen, aber es heißt gleich was. Wie du wärst. Wie du wärst. Und nehmen Sie sich Zeit innerlich. Kommen Sie zur Ruhe. Das ist wie du wärst. Lassen Sie es schön ausklingen. Folgen Sie dem Ton bis zum Schluss. Ein ganzer Takt und ein halber liegt auf dem Was. Hören Sie sich zu. Folgen Sie dem Ton. Wie du wärst. Wie du. Ich brauch nicht so du. Mach nicht so einen U-Mund. Ja. Wie du. Nium, nium, nium. Nium. Nium, nium, nium. Nium, nium, nium. Ich stelle mir ein römisches I vor in dem Fall. Ein römisches I mit I-Punkt. Und ich biebe, büßt, 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 büßt. Das zieht ganz durch. Wie du bist, in dem U sitzt das I schon drin. Ich muss es nur, es schwingt nur heraus aus dem U. Weich. Und nicht du, kein extra Ton. Wie du bist. Wie du bist, büßt, 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 büßt. Begug, fragt er sich über das. Viele das wüssten. Engel, nein, selig bin ich, aufziehen, nicht selig bin ich, so selig kippen sie die Seligkeit über sich, Engel, nein, selig bin ich, nicht Attacke, nicht Attacke nach vorn, sondern aufbauen und fühlen, Engel, nein, selig bin ich, hier, hier, hier ist die Arbeit. Engel, nein, selig bin ich, dass ich der Einzige bin, der weiß, wer du bist. Keiner ahnt es, niemand weiß es, niemand weiß es. Genau, der setzt derselbe Punkt, niemand weiß es, vier Töne in absoluter gleicher Position. Keiner ahnt es, keiner ahnt es, keiner ahnt es, niemand weiß es. Du, 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 du Du, du, du. Gut, 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 nochmal. Das erste auch so. Das war jetzt gut. Du, du, du. Machen Sie keinen U-Mund. Du, du. Versuchen Sie mal aus dem U in dieses Kindertrompetengefühl zu kommen. Du, 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 du. Aber der U-Strom bleibt erhalten. Das war ganz gut. Und jetzt nochmal. Nicht du. Du, du. Mach gar keinen U-Mund. Du. 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 So, da bauen wir jetzt ein inneres U-Gefühl dazu. Ohne Du, nicht Hühnerpupu. Du, du, du. Das brauchen wir nicht. Du, du, du. Niemand war, keiner ahnt es. Keiner ahnt es, wer ahnt weiß es. Du, du, du. Die Lippen ganz entspannen. War ganz schön, war ganz schön. Weiter. Was heißt das du, was du und ich, hat denn das einen Sinn? Das sind Worte, bloße Worte, nicht du sag. Aber dennoch, es ist etwas in Ihnen. Ein Schwindel. Ich schwindel, ich schwindel nicht. Kein Druck auf dem I. Wieder das I entstehen lassen. Schwindel, ich schwindel. Aber dennoch, es ist etwas in Ihnen. Ein Schwindel, ein Ziehen, ein Sehnen und Drängen. Alles derselbe Raum, derselbe Punkt, den ich ansinge. Aber dennoch, es ist etwas in Ihnen. Ein Schwindel, ein Sehnen und Drängen, ein Schlachten und Brennen. Das ist etwas in Ihnen. Ein Schwindel, ein Schwindel, ein Schwindel, ein Schwindel. Das ist etwas in Ihnen. Ein Schwindel, ein Schwindel, ein Schwindel. Ganz weich die Lippen lassen bei Bub. Nicht an dein Bub. Es ist so klein. Dann dein Bub. Das U ist dein Bub. Das U umrundet nur das I von dein Bub. Dann dein Bub. Nur noch mal das so unbemüht wie möglich. Dann dein Bub. Ja, so weich und unbemüht. Dann dein Bub. Dann dein Bub. Ja, wenn ihr schon den U-Mund immer machen müsst, ist ja so viel Aufwand, so viel Muskelarbeit. Warum denn? Nur diese Muskeln müssen arbeiten, nicht die. Die haben überhaupt nichts mit dem zu tun. ... 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 Es wird zu vorsichtig. Ja, ich habe noch ein bisschen gesucht. Ja, nicht nur ein bisschen. So voll verlangen, 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 verlangen. Der arme Zwerg. So unschuldig ist er ja nicht. So voll verlangen. An keiner Küste wird er je mehr lange. Auch versuchen in einem Atem, nicht? Ja. Das ist schwer, aber es ist natürlich toll, wenn man das spürt, diese Endlosigkeit, die man, wenn das richtig sitzt, wenn man das am richtigen Punkt sitzt, dieses An keiner Küste wird er je mehr verlangen. Dann geht das endlos. Ja. Einmal noch versuchen? Mhm. An keiner Küste wird er je mehr lange. Je mehr la, je mehr la, je mehr la, je mehr la. Also wenn Sie diesen Punkt, den Sie mit je mehr klingen lassen, wenn Sie genau da das A hin postieren, der ist ganz vorne auf dem harten Gaumen. Je mehr la, 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 la. Und wenn ich den Ton jetzt vergrößern will, kommt nur die Dehnung dazu. Ja. 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 Einmal noch die Phrase. Einmal noch die Phrase. Einmal noch die Phrase. ja. 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 Die mir langen. Also das genau, man muss genau austarieren. Und es kann ganz wirklich Pianissimo sein. Steht ja gar nichts mehr da. Steht Pianissimo im Klavier, das übernehmen wir. Das ist so ein... Etwas, was man eigentlich kaum mehr aussprechen kann und will. An keiner küsse, wer dich nie mehr lange. Das ist auch so ein lauerndes Gefühl hinter den Augen. Das ist hier so eine Spannung hier rum. Als ob sie so eine Tauchermaske aufhaben, die sich so fest saugt. Und hier in diesem Spannungsgebiet entsteht das. Sehr schön, schön. Prima haben Sie das gemacht. Ausgezeichnet. Gut. Dann machen wir morgen... Ich habe noch Seien wir wieder gut und De per questo. Aha. Oh, De per questo ist sehr schwer. Schwerer als Farto, ne? Deshalb habe ich sie dabei, ja. Ja. Ja, gut. Machen wir mal De per questo istante. Ja. Okay. Prima. Gut. Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen für die Geduld und die Mühe. Und dann haben wir es für heute mal geschafft. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Das macht gar nichts. Kann man hier eigentlich die Sachen liegen lassen oder wird der Raum morgen oder noch benutzt? Ich benutze hier den Medien. Dann nehmen wir noch dabei. Vielleicht war es morgen genau dasselbe wie der Traufer, nicht? Susanne, wird der Raum heute oder morgen früh noch mal benutzt oder kann ich Ihre Sachen gehen lassen? Ja. Ja. Also können wir alles so...